Ich find's halt auch so cool, wie Tomb Raider 1 einfach im letzten Akt einfach zu so einem Horror-Slasher-Game wird. Ja, wirklich sensationell, meine Damen und Herren, auch heute wieder ein hervorragender Tomb Raider-Stream mit dem lieben Marco an beider Seite. Ja, wirklich sensationell. Begrüßen Sie bitte, Marco! Wo bin ich hier? Das ist ja gar nicht Enricos Pizza-Palazzo. Hä? Hallo. Ach ja. Ich sehe mich starren ganz viele Schattenläufe an. Normalerweise ist das der Moment, wo man wegläuft. Aber die gucken so freundlich. Ja, ja, das hält mich auch hier. Also, solange sie auf der Größe bleiben, bleibe ich. Die gucken so, so, guten Tag, hätten sie mal ein leckeres Scavenger-Geule. Ja, es ist wie herzig. Hi, Franks. Ja, der Marco ist herzig. Dein Startbildschirm sieht schon auch sehr episch aus, muss man sagen. Ja, da bekomme ich demnächst noch einen neuen, zusätzlichen. So, dann gebe ich dir mal wieder Kamera frei, sonst mit Stream-Verzögerung wird's blöd. Ach so, ja, stimmt. Auch wenn ich das gestern teilweise vergessen habe und im Stream geguckt habe und mich gewundert habe, warum du schon weiter bist. Ach, ja. Professionell hier. Professionell. So, ähm, ja. Wir machen da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Nämlich, äh, bei Tomb Raider 1. Zisterne hatten wir gerade abgeschlossen. Und, ja, wir können rein da. Ich hab mir mittlerweile, ähm, auch ein paar Testvideos angeguckt und Podcasts angehört, was denn die Leute so zu bemängeln haben. Und dachte mir so, äh. Ja, also, was, was. Das war mir jetzt nicht ausführlich genug. Was bedeutet, äh. Solide 6 von 10. Ähm. Gehen erstmal ins Spiel rein. Und das war so nicht, nicht ganz nachvollziehen. Ähm, nicht wirklich, nee. So, das Grab des Tihokan waren wir, ne? Richtig. Ja. Ähm, ja, bemängelt wurde halt vor allem die neue Steuerung. So. Finde ich valide übrigens. Ja, ja, aber, ähm. Halt nach dem Motto, wo ich mir gedacht hab, ja, du musst ja die neue Steuerung nicht nutzen. Nutzt doch einfach die alte. So, die neue Steuerung ist ja nur ein Goodie, aus meiner Sicht. Ja, dazu muss man sagen, standardmäßig ist auch die alte Steuerung eingestellt. Das ist ja die Anfangsanstellung. Also, wenn man dann was umstellt und sagt, das ist doof, sollte man nicht so tun, als wäre das standardmäßig so. Das stimmt schon. Ja, und der Hauptkritikpunkt war tatsächlich die Grafik, dass die Texturen nicht so hundertprozentig zusammenpassen, also die neuen Texturen. Ähm, jein. Also mir sind jetzt noch keine aufgefallen, wo ich gesagt hätte, das finde ich doof. Wenn man sich das vielleicht näher anguckt, aber so jetzt overall finde ich es eigentlich ansprechend. Ja, ich finde halt, die haben einen Stil gewählt und den im Großen und Ganzen durchbezogen. Ja, finde ich auch. Also klar, hier könnte man jetzt zum Beispiel mängeln, ah, das Grüne ist ja gar nicht an der Decke. Jetzt, wo du es sagst, das stimmt schon. Ne, wenn man genauer Hand anguckt. Aber, ja, CFI-Care. Ja, aber ehrlich zu sein, mir ist es aufgefallen, weil du es gesagt hast. Klingt sehr gut. Äh, Gate, vielen lieben Dank für 33 Monate. Dankeschön. Guten Abend. Guten Naseherabend und Marok. Alles klar. Marok, das klingt wie so ein Bösewicht aus Yu-Gi-Oh. Oh mein Gott, Marok hat eine Fallenkarte aktiviert. Wüsste, was deine Fallenkarte wäre. Kirchendach? Es ist naheliegend, oder? Ziemlich. Ey, was sollen diese Pfeile hier? Ich glaube, das sind, äh, ist Tomb Raiders Version von uns Wegmarkers. Und Sprung. Easy peasy. Irgendwie ist mein Dashboard heute schon wieder kaputt. Äh, try... core.dm. Vielen Dank für den Follow. Oh, ich habe gehört ein Geräusch. Ich habe Wasser. Wasser. Okay, was bringt mir das hier? Ah, das ist natürlich ein Felsen, der schwimmt. Sobald du einen Raum mit Wasser füllst, kommt alles, was unten ist, nach oben. Ja, ja. Aus der Badewanne mit dem Quietsche-Entchen. Warum sollte das bei einem tonnenschweren Felsen anders sein? Hm. I don't believe dem Spiel. Äh, Saatkartoffel. Vielen Dank für den Follow. Dankeschön. Nee, aber so overall, die meisten Kritikpunkte konnte ich nicht wirklich nachvollziehen. Im... In den Videos. Ich habe mir so gesagt, ja... Die meisten wollten halt so ein richtiges Remake. Und dann habe ich halt überlegt, dann spiele halt Anniversary, I guess. Ist schon witzig, ne? Es gibt einen Remake. Sie wollen etwas, das es schon gibt. Ja, ich... Also, ich verstehe halt die ganze Argumentationslinie von der schlechten Bewertung von Tomb Raider halt so gar nicht. Außerdem, das Spiel ist nicht das, was ich wollte. Es ist ja sowieso, ich weiß nicht, das ist ja kein Argument. Also, du kannst ja nicht kommen, keine Ahnung, eine Serie bringt ein Prequel raus und du so... Ich bin aber gespannt, wie es weitergeht. Deshalb 6 von 10. Nun... Ich kann das schon sagen. Ja, klar kannst du das sagen, aber... Puii! Also, das kannst du auch denken, das kann auch deine Meinung sein, nur. Ich weiß nicht, wie viel Gehalt das dann hat. Da bezahlt werde ich für diese Aussage wahrscheinlich nicht, also gar kein Gehalt. Ich stelle mir gerade vor, Fazit zu Tomb Raider, ich hätte lieber ein neues Spyro gehabt. 2 von 10. Spyro, ja, ja, Spyro wäre mir lieber gewesen. Ne, vor allem, ihr wisst ja, ich bin jetzt mit Tomb Raider nicht wirklich aufgewachsen. Also, es ist nicht unbedingt mein Kindheitsspiel, mit dem ich viel Nostalgie verbringe. Nun... Ähm, von daher, ich weiß nicht, ich finde die Steuerung okay, die Panzersteuerung. Ich finde... Ja, keine Ahnung, ich finde halt alles okay. Und für mich ist halt alles okay, keine 60. Gibt eine Sache, die ich nicht okay finde. Ich glaube, du hast relativ lang nicht mehr gespeichert. Ach, Eididei, speichern, schmeichern. Ich meine ja nur. So können wir das LP doch gar nicht strecken. Stimm da so recht, verdammt. Kannst ja alle paar Minuten die Grafik umstellen und dir Dinge im Fotomodus angucken. Das ist auch sehr effektiv, ist mir aufgefallen. Wenn auch nicht ganz mit Absicht. Was wäre ein okay in Punkten? Naja, durch die Wertungsinflation, die du halt durch die Magazine hast, ist für mich okay so zwischen 75 und 80 mittlerweile, würde ich sagen. Was ja nicht so sein sollte, um ehrlich zu sein, aber... Aber so ist es halt. Das ganze Wertungssystem ergibt irgendwie wenig Sinn. Nee, ich merke halt, bei der GameStar kriegen halt so... Oder allgemein bei allen, das ist fast bei allen Magazinen, kriegen halt auch schon so mittelmäßige Spiele schon eine 80. Ja. Wo dann halt drin steht, ja, das Spiel ist zwar 20 mal abgestürzt, aber ich konnte es trotzdem durchspielen. Das Spiel ließ sich teilweise spielen, 80. Von daher, ja, es ist halt... Also, mir macht Spaß. Also, ich finde es... Ich finde es gut. Wer hat da auf mich geschießt. Das war ich. Okay, ich darf nicht an der Kante stehen, I guess. Findest du es immer noch okay? Ja, ist schon ein bisschen nicht lesbar. Ja, an der Stelle ist es halt wirklich ein bisschen albern. Gut, dass ich gespeichert habe. True, true. Naja, das... Also, ich glaube... Glaub jetzt nicht, dass die GameStar Geld dafür bekommt. Direkt. Äh, die Taste wollte ich definitiv drücken. Ich glaube nicht, dass GameStar Geld dafür bekommt, Spiele aufzuwerten oder abzuwerten. Aber GameStar ist halt abhängig von den Publishern. Und wenn sie mal eine schlechte Wertung raushauen, dann kriegen sie vielleicht nächstes Mal keine Release-Version. Du bist ja... Du bist ja abhängig von dem Scheiß. Und ich denke schon, dass dich das beeinflusst. Als wirtschaftliches Unternehmen. Würde ich jetzt mal behaupten. Die saßen da so, Aspire, hä, wer ist das? Mach 60. Ach, Embracer Group, die gehen eh den nächsten Pleite. Scheiß drauf. Ah. Hi, Hüls. Wobei, ich habe die Nintendo Direct gesehen. Es werden verdammt viele Spiele gerade noch von Embracer rausgebracht. Ich glaube, ich habe so vier oder fünf gezählt. Wo ich mir so dachte, oh, die hauen jetzt aber für die Switch noch ein bisschen was raus. Zum Beispiel, es kommen, äh, von den Original-Battlefronts kommen Remakes für die Switch. Also Remasters, nicht Remakes. Entschuldigung. Battlefront. Star Wars, Battlefront, hallo. In diesem Moment wurde der Gast ganz leise. Als haben wir da unten Water. Denn du hast schon einmal aufgelehnt. Als ich eine gewisse Aussage mit Pokémon tätigte. True, true. Aber auch zu Recht, Highlander. Ja, also, also, ja, das auf jeden Fall. Ähm, alte Spiele zu bewerten ist halt schwierig. Aber, ich will mal kurz sagen, ich möchte, ich möchte das kurz erwähnen, dass die Gamestar in ihrem letzten Heft als Nachtest Pong hatte. Pong. Das originale Pong. 61. Und das hat eine 92 bekommen. Was? Also, das war nicht eisbackenes Spielprinzip. Die Levels waren gut lesbar, Marco. Das ist... Das ist... Das war ja sitzt da gerade. Ach, scheiße, hätten wir mal Pong rausgebracht. Die Grafik sah auch nicht aus wie aus den 2000ern. Das kann ich mir vorstellen. Sir Tiger, wo kommst du denn her? Aus welchem... Grab? Und ne Cruiser, vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Oh, hi. Äh, streck mir die Pack rein, pfeffern. Tschüss. Ja, es ist halt... Vor allem, vor allem, ähm... Retro rangehen, ich finde das halt immer noch ein cooles Game. Also, selbst wenn das jetzt heute rauskommen würde als, als, was weiß ich, als Indie-Projekt. Ne? Es würde mir trotzdem noch Spaß machen. Und jetzt kommen ja gerade wieder so diese, diese, äh, Gaming-Projekte, die... Ich wusste es, diese Gaming-Projekte, die, ähm, so an alte Nintendo 64-Zeit und sowas erinnern und PS1-Zeit. So, es gibt ja ein, ein Bloodborne-1-D-Make, was richtig gut ist. Oh ja, das hab ich gesehen. Das hat mich kurioserweise erinnert an das PS1-Spiel Nightmare-Creatures irgendwie. Und das hat ja auch einen eigenen Kart-Modus. Also, du kannst Bloodborne-Karten da fahren. Ist halt absurd geil. Von daher. Also, mein Fazit ist bisher, es macht mir Spaß, aber es ist ja halt auch der erste Teil, ne? Es ist ja auch der beste Teil bisher. Es ist der, der dir vorher schon Spaß gemacht hat. Jaja, du kannst mir ruhig stimmen, dass es der beste Teil ist. Lä, 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 lä. Das muss ich grad proben. Ist das wirklich der beste Teil? Das ist, äh, das Bayer, kenn ich nicht, 60. Ja, Tomb Raider 2. Also, was war denn in Tomb Raider 2? Da war Venedig. Was gab's denn da noch? Hilf mir mal, Marco. Ich weiß es natürlich, aber zum Testen, ob du das auch weißt. Die chinesische Mauer. Venedig. Eine Bohrinsel. Ein untergegangenes Schiff. Ja, genau, genau. Ich bin halt, ich bin halt nie so der Fan in solchen Spielen. Das ist halt mein, mein persönliches Ding von so... Äh, wie, wie, wie Kategorisiere ich das ein? Also, so, so thematisch. Kletter mal durch dieses, durch diesen Öltanker. Geh mal durch diese Bohrinsel. Erkund mal dieses, äh, zweite Weltkriegsschiff. Was Uncharted sehr gern macht. Das find ich halt immer öde, weil ich will in so Spielen halt, will ich... Ich weiß, das klingt jetzt absurd, aber in Tomb Raider zum Beispiel, da will ich Toombs erkunden. Hä? Hä? Ich dachte, da will man geradet werden. Ja, gut, aber Tomb Raider hatte dann auch noch das tibetische Hochland, dieses Kloster, den Eispalast. Ja, nee. Doch. Das hatte Tomb Raider 2. Bin ich richtig? Ich bin doch jetzt wieder in einem Raum, wo ich war. Ich dachte, hab ich irgendwas gewonnen? Ich hab den Wasserstand verändert, aber... Du warst richtig bis zu dem Punkt, du bist ja in so Wasser gesprungen. Ähm, nicht das unter dir, sondern hinter der, dem Beil, das schwingt. Ja. Da warst du richtig, auch das Springen ins Wasser ist richtig und das hast du dann falsch verlassen. Und ich hatte da kurz nicht aufgepasst, weil ich noch erbost war über deine fälschlichen Tomb Raider-Behauptungen. Moment, das war hier das Wasser, ne? Äh, genau. Also diesen Ausgang hast du genommen und es gibt aber noch einen. Ja, da hinten hab ich was gesehen. Das sieht jetzt so immunös aus. Es gibt noch einen. Es gibt noch einen? Ja, tatsächlich in diesem Raum. Ja, genau. Furchtbar. Nicht gut lesbar. Ja, und Tomb Raider 3... Ich weiß gar nicht mehr, was mir da nicht so gut gefallen hat. Tja, ich auch nicht. Ich glaube, im zweiten Teil war es vor allem, dass ich nicht so richtig verstanden habe, was jetzt das Venedig-Level von mir will. Mit dieser Boot-Sequenz und diesen, diesen... Ich glaube, irgendwas ist explodiert mit den Booten. Ja. Naja, abstrakt will das Venedig-Level ja, dass du praktisch eine Tür öffnest und dann mit einem Boot da durchfährst. Das ist ja völlig unrealistisch. Wir sind hier doch nicht bei Indiana Jones. Dann kommt halt das Problem hinzu, dass die Tür zeitgesteuert ist und du, um sie mit dem Boot zu erreichen, einen Shortcut öffnen willst. Und das ist das Venedig-Level. Ja, das klingt ja völlig absurd. Oh, what? Warum machen die denn so viel Damage? Weil du von zwei Gorillan in die Ecke eines Raums gedrückt wirst. Ja, aber sind Gorillas wirklich so stark? Ähm. Der Affo springt nur rum. Die haben gekrittet. Der Crit hat gekrittet. Ich erinnere mich immer an Demigod. Das war so ein, so ein, äh, von dem Entwickler Chris Taylor. War das so ein Versuch, LOL und Dota vom Thron zu stoßen. Das hat super geklappt. Ähm. Ähm. Ich glaube richtig gar nicht. Und da gab es einen Helden, der hatte eine Fähigkeit, dass seine Attacken kritten konnten. Das Problem war nur, dass dieses einprogrammiert war, dass die Attacken, also die Crits konnten kritten. Die Crits konnten kritten. Das war so ein bisschen dumm. Weil die Crits, der Crits, du wirst es nicht glauben, die konnten kritten. Okay. Du weißt, worauf das hinausläuft, oder? Alter. Ähm, das Spiel war nicht sehr balanced. War es denn wahrscheinlich, dass die Crits gekrittet haben? Naja, die Crits-Chance waren nur bei 40%, wenn du es max geskillt hast. Ja, ja, aber holy fuck. Es konnte halt passieren, dass du einen gegnerischen Helden einfach One-Hit weggekrittet hast. Und den Menschen vorm PC gleich mit. Aber overall fand ich, fand ich Demigod cool, weil es nur 8 Helden gab. Also es war halt total übersichtlich. Du musstest nicht alles auswendig lernen. Und das habe ich gerne mit Kumpels gespielt damals. Ja, aber wenn einer dieser Helden Crits hatte, die kritten können, dann gab es ja eigentlich nur einen Helden. Ja, du kannst halt nur jeden Helden einmal spielen. Also, ne, wenn du das zuviert gespielt hast, du musst halt gucken, wer welchen Helden spielt. Und jeder Held konnte nur einmal ausgewählt werden. Ah. Wobei, man muss sagen, die anderen waren genauso imbalanced. Was es doch wieder balanced macht. Moment, ich wollte gerade sagen. Der eine hält, seine Crits können kritten, aber das ist kein Problem. Denn der andere hat ein Schild, das ein Schild hat. Also, du liegst damit nicht falsch. So Nischenspiele sind schon weird. Ein Medi-Pack. Und ein Schlüssel. Und ich habe auch schon ein Schlüsselloch dafür gesehen. Weil ich meine Augen überall habe. Dieses Gefühl kenne ich und dann weiß ich meistens nicht, wo das eigentlich nochmal war. Und dann bringt es mir gar nichts. Ich habe das irgendwann mal gesehen. Ich habe das schon mal gesehen. Übrigens, auch ein großer negativer Punkt von meiner Seite. Lara spricht Englisch, wenn man nicht das nötige Item bei einem Schlüssel dabei hat. Und obwohl ich das Spiel auf Deutsch eingestellt habe. Stimmt, jetzt. Wo man so drüber nachdenkt, das wäre die Gelegenheit gewesen, das zu ändern. Aber. Im Japanischen sagt sie damit, das ist kein Englisch. Ach, das ist kein Englisch? Ach so. Herzlich willkommen zu Englisch lernen mit Marco. Lesson one. Listening Comprehension. Englisch lernen einfach, Englisch einfach dadurch lernen, dass man alles aufzählt, was kein korrektes Englisch ist. Und ich, guck mal, ich finde jetzt auch hier passen die Texturen eigentlich okay zusammen. Jo. Also, jetzt auch im Vergleich zum ersten Teil. Also, wenn du jetzt sagst, okay, hier passen die Texturen nicht wirklich zusammen, dann kannst du auch sagen, ja, hier halt auch nicht. Es ist sich treu geblieben im Großen und Ganzen. Und das soll so ein Remaster ja auch irgendwie. Gott, ich habe Listening Comprehension im Englischunterricht so gehasst. Andy and Bob and Melissa are going for a walk to the park. Furchtbar. Oh, ein Affe. Liebreizender Gorilla. Weiterer Kritikpunkt über den Items ist zwar das Ausrufezeichen sichtbar, aber der Satz davor fehlt. Ey, wo ist meine Grammatik? Hey, das wäre es, wenn man Lehrer wäre und ich fühle einfach mit Listening Comprehension Treuheit. Hi, Steve McCracken. Äh, nee, das ist Witcher 3. Wir sind gerade in der Tomb. Nee, mit Witcher 3 geht es voraussichtlich am Freitag weiter. Mag diese Schiebgeräusche. Oh, da gibt es, guck mal, da gibt es Grafikfehler. Hm, das ist schlecht. Der ist mir tatsächlich heute erst mal aufgefallen in genau diesem Raum. Oh, der ist richtig schlecht. Eins von zehn. Warum ist da im... Da war so... Das, 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 das da hatte ich übrigens ursprünglich nicht gesehen. Warum ist da eine Kugel? Das Ding ist halt, was hier passiert. Tomb Raider hat seit dem ersten Teil so Sachen wie überlappende Räume. Ähm, ich weiß, dass man im Original davon nie was mitbekommen hat. Was, willst du damit etwas sagen, dass die Levelarchitektur gar nicht logisch aufgebaut ist? Doch, aber manche Räume befinden sich am selben Ort. Wenn das die Souls-Community erfährt. Ihr macht ein 20-stündiges Video, warum Dark Souls 2 schlecht ist, weil die Räume überlappen. Über Tomb Raider. Oh, shit. Oh, shit. Fuck, man. Ich wollte noch ausweichen. Ups. Wann habe ich zuletzt gespeichert? Das ist bestimmt ewig her, ne? Bitte nicht. Ah. Ja, aber wir hätten auch an können, dass da eine Falle ist. Was cool wäre. Eine Funktion. Um die Zeit schneller laufen zu lassen beim Schieben manchmal. It was so nice, we do it twice. Du musst dir ja vorstellen, als du diesen Raum betratest, wollte ich meine Stimme gerade erheben mit Speich, aber es war zu spät. Und ich habe nur noch mit offenem Mund gesehen, was passiert ist. Ja, ist ja nicht viel passiert. Auch wenn man von mir keinen Mucks gehört hat, war das Action pur. Ja, diese Noise-Canceling. Ich verstehe. Die Kugel ist die aus dem anderen Raum. Ja, okay. Und das muss man dazu sagen, das Originalspiel hatte wirklich nie, zumindest mit der Darstellung, diese Probleme mit Räumen, die sich überlatten. Hier ist mir erst an ein, zwei Stellen aufgefallen. Nirgendwo so krass wie da eben. Aber... Ja, vielleicht ist das halt, äh... Vielleicht ist da das Raum-Zeit-Kontinuum kaputt. Multiversum. Vielleicht ist das ein Multiversumstempel hier. In der Marvel-Lore würde das komplett Sinn ergeben. Ah, ich weiß nicht. Wobei ich da halt... Beim Game-Design verstehe ich halt nie, warum macht man solche überlappenden Räume überhaupt. Also es gibt... Tja, das ist eine gute Frage, ne? Dankeschön. Also eigentlich ist das wirklich eine gute Frage. Warum ist es erforderlich, dass sich Räume überlappen und dass sie nicht einfach... Naja, dass man halt guckt, dass das, was man baut, zusammenhängt. Wahrscheinlich haben die Räume unterschiedliche Teams gemacht. Guck mal, ich hab hier diesen Raum. Geil. Und ich hab diesen Raum. Aber die überlappen sich ja... Ja, das macht doch nix. Bauen wir einfach beide ein. Also da Toonmatter ja praktisch Raum für Raum gebaut wurde, ist das eine erstaunlich sinnige Erklärung. Muss ich zugeben. Dann musste halt man halt bei Raum A nicht gucken, dass der sich mit Raum C irgendwie überlappt, sondern es konnte einfach egal sein. Wahrscheinlich ist es die gleiche Erklärung, warum es in Soul Reaver 1 so viele Kistenschieberätsel gibt. Weil die Dungeons von unterschiedlichen Teams gemacht wurden. Und als man die dann zusammengefügt hat, ist denen aufgefallen, oh. Wir haben viele Kistenschieberätsel. Ah, ich dachte, es gibt so viele Kistenschieberätsel, weil sie sich so Arbeit beim Bauen des Levels gespart haben. Weil der Spieler das Level einfach selbst zusammenbauen soll. Auch gut. Sag mal, ich... Wäre immer noch so gern dabei gewesen, als die bei Soul Reaver zusammenkamen. Ja, wir haben uns mehr... So primär haben wir Kistenrätsel gemacht. Oh, wir auch. Oh, wir auch. Grey Nick, mal vielen Dank für den Follow. Naja, die hatten halt die Herausforderung, die haben zum ersten Mal so richtig mit der 3D-Engine gearbeitet. Und jedes Team hat sich überlegt, was kann ich Cooles mit der 3D-Engine machen? Kisten. Kisten. Und ein Typ so... Ey, ich hab da ein Rätsel mit Licht. Das ist ja Quatsch. Und alle so, das machen wir ganz ans Ende, das ist ja Quatsch. Hallo, Rassiel. Ich glaub, Rassiel hat auch so ein Plugin für Twitch, wenn irgendjemand im Stream Soul Reaver erwähnt, geht der Stream einfach an und schreibt eine Nachricht. Mir fehlt noch ein Schlüssel. Habe ich in den anderen Räumen einen übersehen wegen der neuen Grafik? Moment. Lauf nochmal mit der alten durch. Äh, der Schlüssel, den du suchst... Naja, ich lass dich erst mal suchen. Ich weiß aber, wo er ist. Ach, der feine Herr weiß, wo er ist. So, so. Ja. Er ist nämlich im letzten Raum, den du dir ansehen wirst. Just as usual. 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 Das kann auch kein Mensch aussprechen, das Wort. Usual. Ja, sag ich doch. Usual. Das kann auch kein Mensch buchstabieren. Genauso wie unfortunately. Unfortunately. Squirrel. Squirrel. Oh Gott. Da oben geht's noch irgendwo hin. Ja. Das ist wahr. Wahr. Hast du Usual gerade geschrieben, um uns zu zeigen, wie man das ausspricht, oder? Worcester Derb. Worcester. Ja, es gibt einfach Wörter, die kann man... Also, das ist ein Quatsch. Unfortunately. Und Tap. Und Jump. Oh Gott. Mein Herz. Also, die Aussprache von dem letzten englischen Wort, das Bloody Queen da geschrieben hat, die ist, glaube ich, Gothic 2 Switchport. Hey, hier oben ist gar kein Schlüssel, oder? Ah, doch da. Nun. Wow. Siehst du ihn denn nicht? Oh, diesen A. Puh. Das ist übrigens... Weiß ich nicht. Ich hab aber so ein bisschen das Gefühl, das ist ihm dann selbst aufgefallen. Weil, bis auf diese beiden Räume war das nie so negativ. Ja, das soll man vielleicht in einem Patch noch verbessern. Das wär schön. Gibt mittlerweile auch Mods, die das tun. Schon? Ja. Wie war denn die Modding-Community, ey? Ne. 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 Modding-Community ist manchmal so absurd, ey. So, dieses Spiel ist seit zwei Stunden draußen. Ihr habt hier ein Reshade, ein Fix, damit die Stelle funktioniert, Grafik-Update und Settings, dass die Maus besser funktioniert. Und Naked-Mod. Naked-Mod. Ja, das war... Die waren Tag 1 ready. Das war so klar. Ich muss immer so lachen. Für Zanzara. Das ist so ein Feen-Spiel. Pokémon-Feen-Spiel. Ähm, da würde sich ja anbieten, hey, ich modde mehr Feen rein. So. Ja. Die einzige Mod, die es dafür gibt, ist Naked-Patch. Warum nicht Thomas die Lokomotive? Klatsch. Ja, aber es gibt schon so ein paar Mods, die das Spiel auch angenehmer machen. Zum Beispiel in Tomb Raider 2 eine, die alle Gegner durch Flammenwerfer ersetzt. Gibt doch bestimmt auch einen Tomb Raider Randomizer, oder? Ja, aber ich weiß nicht, wie er funktioniert. Daran wird gearbeitet. Äh, also, für die alten Spiele gibt's den ja schon. Und da wird jetzt am Support für die Remaster gearbeitet. Ja, aber was wird da randomized? Also... Alter, so viel. Die Location von Schlüssel-Items, von Hebeln, welche Räume Waffe haben. Ach, Hebel und so auch. Ach, Quatsch. Ja, 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 doch, Gegner, auch levelübergreifend, also, dass du völlig andere Gegner in Leveln hast, äh, wo die Waffen natürlich liegen. Ach, du hast dann quasi im ersten Level Ornstein und Smaug zum Beispiel. Das kann passieren, wenn du das so einstellst. Der ist sehr konfigurierbar. Oh, das ist... Es ist wirklich insane, äh, was da für... Wie unterschiedlich das immer ist. Teilweise auch tatsächlich Texturen, die gerandomized sein können. Okay, ich gebe zu. Ich weiß absolut nichts mehr hiervon. Wenn du direkt ins Wasser fällst, bist du falsch und ansonsten... Ja, ja, aber ich kann mich an diese Stelle nicht erinnern. Ach so. Äh, das ist ganz witzig. Eine Zeit lang habe ich auch immer vergessen, dass dieser Raum, also wirklich genau der Raum existiert. Irgendetwas an diesem Raum scheint spezifisch langweilig zu sein. Lot hat sein Gandalf-Moment. Hui. Auch Platscher. So, jetzt muss ich nur noch die Tür finden, ne? Genau. Oh mein Gott. Ja. Nein, Caramel, aus. Was hast du denn gegen einen Dungeon-Lords-Randomizer einzubringen? Das Spiel kann man so schon nicht durchspielen. Ja, vielleicht macht der Randomizer, dass es zufällig geht. Nope. Also beim Tomb Raider-Randomizer kann es natürlich auch passieren, dass Stellen, die normalerweise die Hölle sind, total einfach sind, weil der Mega-Boss, der dort wartet, durch einen Ratter setzt wird oder eine Fledermau. Ja gut, das ist ja das Tolle beim Rando. So, wo ist dieses Scheiß-Ding denn jetzt aufgegangen? Entschuldigung, ich meine natürlich dieses Scheiß-Ding. Äh, Entschuldigung, ich meine natürlich dieses Scheiß-Ding. Wow, ich bin ein bisschen, ich bin stolz darauf, wie schnell du das gefunden hast. Ja, ich sag ja, lesbare Levels, das ist die Hauptsache. Hm. Es wäre jetzt halt noch gut zu wissen, wo das hier ist. Auf jeden Fall Überwasser. Das ist doch schon angenehm. Oh, das ist interessant, wir haben einen Experten unter uns. Ich weiß es, ich verrat's dir nur nicht. Ey, wenn man das so sagt, klingt das völlig dämlich. Ah, ich glaube, ich hab's gefunden. Könnte sein. Das war ja viel zu pipikack einfach. Ach ja, ich wollte gerade sagen, das war die Stelle mit diesem... Die Stelle mit dem Zertauren, der spawnt, wenn man von dem Weg runter geht. Ja. Aber sehr angenehm mit dem Lebensbalken. Sehr angenehm. Ja, ne? Das hasse ich nämlich in Videospielen, wenn du gegen einen Boss kämpfst und du nicht sicher bist, ob du ihm Schaden machst. Oh ja. Ich hasse es. Ich hasse es. Weil du einfach nicht weißt, ob du was falsch machst. Das ist so furchtbar. Tomb Raider 5, der erste Boss. War das dieses Viech an der Tür? War der erste Boss in Tomb Raider 5? Ja... Das war doch dieses Viech an der Tür. Eigentlich ist es eher das Zwei... Nein, nein, nein. Ist das Erste, ja, stimmt. Die Hydra. Mit den drei Köpfen. Ja, die Hydra. Die meinte ich gerade, ja. Ja, schade. Aber... C'est la vie. He's dead. Das war unepisch. Ich find's schön, wie er noch weiterredet nach seinem Tod. Ich wusste ja auch gar nicht, dass der Franzose ist. Es gab aber auch subtile Hinweise. Wobei, das sind die ersten Worte, die er mit einem wechselt, oder? Ich glaube schon. Ja. Äh? Ja, ich find, äh, Bosskämpfe in Videospielen sind halt auch so ne Sache, die gut hinzukriegen. Ich find zum Beispiel den, den ersten richtigen Bossfight, den du in... Ist das der erste Bossfight? Oder der zweite? In Witcher 2 so furchtbar, weil du machst dem Boss so wenig Schaden, dass du verzweifelst, ich rede von Leto, für die, die wissen, wen ich meine, äh, Geheimnis an dem Bossfight ist, du musst ihn aber nur zur Hälfte down kriegen. Also nach der Hälfte der Lebensleiste ist der Boss halt down. Und sowas find ich auch immer scheiße. Ah, aber das weiß man natürlich nicht. Nee, das weißt du nicht. Und ich, ich kämpf gegen den und denk mir so, ich schaff den nie, ich schaff den nie, weißt du, grad so ein Viertel runtergehauen. Und dabei war ich schon bei über der Hälfte. Und das ist halt, äh, Boss, Bossfights, ey. Bossfights. Schlechte, was ist dein, was ist dein Hass-Bossfight? Abgesehen von Bed of Chaos. Was, was ist das? Das ist ein Boss aus Dark Souls. Äh, so. Mein Hass-Bossfight. Es gibt dieser Biss-Wortschatz in Dark Souls 3. Ähm, aber ich bin mir nicht sicher. Die kamen jetzt eher in meinen Kopf, weil du Dark Souls sagtest. Ich find's, äh, interessant, wie Lara einfach fließend hyroglyphisch spricht. Oh, ich weiß meinen Hass-Boss. Gothic 2, untoter Drache mit 600 FPS oder so. Das war unangenehm. Aber das weiß man doch, Marco. Ja, das weiß man, natürlich. Ich weiß, diese Cutscene will mir irgendeine Story erklären, aber ich versteh's nicht. Ich mein, wer, wer konnte, warum konnte der denn das Teil so weit werfen? Das ist eine Werbung für irgendeinen Energy-Drink. Nein, die Cutscene will dir vermitteln, Lara guckt in dieses Artefakt und sie kriegt eine Vision. Dieses Artefakt überträgt anscheinend Informationen. Ähm, und sie sieht darin ein paar verschwommene Gestalten, ganz viele schlimme, schlimme Sachen. Auf jeden Fall sieht sie, wo der, die zweite, die dritte Hälfte des Sion, die dritte Hälfte, äh, das dritte Stück des Sion gelandet ist. Mhm, die dritte Hälfte. Die dritte Hälfte. Da übrigens eine Stelle, wo ich die Texturen nicht so geil finde. Das hab ich in einem Video gesehen, da dachte ich mir, mh, die Texturen sehen mit dem Grün ein bisschen komisch aus. Und dann hab ich's original gesehen und dachte mir, ah, never mind. Ich find das hier schöner, ich finde aber gerade, also ich mein, die Maxime war praktisch, wir ändern nichts an der Level-Geometrie, an dem, was das Gameplay beeinflusst. Mhm. Aber ich find grad so mit Sand hätte man ein bisschen mehr machen können. Also das war sowas, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. So ein bisschen Fußstapfen vielleicht auch. Ja, allein schon Fußstapfen, sowas Simples. Wolltest du grad Schuhstapfen sagen? Schuhstapfen. Hat nie mal gemerkt. Staub aufwirbeln. Solche Sachen halt. Aber schöner als das Original ist es schon. Man kann endlich die Hieroglyphen lesen und verstehen, dass man nichts versteht. Wieso? Da steht doch eindeutig, abonniert Tales Gaming. Steht, steht doch da. Ja, jetzt wurde es nötig, aber ja, okay. In der alten Grafik steht da, bald wird es einen Kanal namens Lord Pappnase geben. Abonniert ihn. Ich mein hier, also das ist doch auch hier. Hier steht, ähm, äh, der, 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 äh, lädt, äh, lädt alle beteiligten Schattenspieler zu einem Duell in sein Palast um, äh, Mittagssonne ein. Ich glaub, in der neuen Grafik ist das ägyptische Werbung und in der alten Grafik sind das ägyptische AGB oder so. Neun von zehn Pharaonen fanden diese Hieroglypfe hilfreich. Ah, ne, jetzt lese ich, was da steht. Da steht Prostagma. Jille. Prostagma? Was heißt das? Das, äh, so reden die Leute in Age of Mythology. Wulume. Das bedeutet bestimmt auch irgendwas Sinnvolles. Stell dir vor, es ist deine Aufgabe, dir Random-Wörter zu überlegen, die die Einheiten sagen. Nun. Und du schaffst das irgendwie, ohne einfach Worte wie Döner zu nehmen und sie rückwärts reinsprechen zu lassen. Wieso, was hast du denn jetzt gegen Döner? Ich werde, rennert, wäre das erste Wort meiner neuen Sprache. Ach, Laura hätte doch jetzt einfach auch hochspringen können. Die war doch schon oben. Finde ich jetzt. Wieso habe ich eigentlich keine Munition mehr? Ich habe lange nicht gespeichert, ne? Ja, neben. Du hast so lange nicht gespeichert, dass Level neu starten wahrscheinlich schneller fehlt. Jetzt weiß ich ja nicht mehr. Cory, danke für 29. Habe ich schon gesagt? Keine Ahnung. Ja, guck mal. Daran erinnere ich mich doch noch. Ja. Und meine Güte, sieht das gut aus. Ja, oder? Halt auch wieder mit Lichteinlass scheinbar irgendwo? Genau das. Ein neues Fenster nach außen. Ich finde auch an der Sphinx, an den Armen der Sphinx, kann man sehen, dass es ihm dadurch ausgelungen ist, so Rundungen anzudeuten. Obwohl die Sachen natürlich nicht rund sind. Ja, das gelang ihnen ja auch schon bei Laras Oberwein, also you know. Das sind, denke ich mal, Polygone. Natürliche Polygone. Was, wieso denn ich jetzt da? Marco hat mit Rundungen angefangen. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, ich sprach von Armrundungen. Was ein komisches Wort ist. Menschen mit runden Armen, kannst du dir das vorstellen? Denk auch mal nach. Also, das glaubt ihr vor Gericht keiner. Euer Ehren. Ich sprach natürlich von Armrundungen. Mhm. Ich mag, dass die explodieren. Das ist schön. Warum kriege ich eigentlich schon Uzi-Munition, obwohl ich noch keine Uzi's habe? Was soll der Scheiß? Ja, naja, sonst ehrlich, wenn du die Uzi's bekommst, bevor du Munition sammelst, ist das, als hättest du ein voll cooles Gerät ohne Batterien. Was ich sehr oft bekomme, wenn ich bei Amazon bestelle. Ja, aber man spielt doch Videospiele, um der traurigen Realität zu entfliehen. Deshalb kriegst du die Batterien hier schon im Vorfeld. Wobei, wusstest du eigentlich, weißt du, wer die Batterien erfunden hat? Och nein, was kommt jetzt? Äh, von Batman. Es ist ja eine Bat-A-Ri. Hä? Ich... Warum hast du das jetzt gemacht? Warum sagt ein Mensch so etwas? Ich verstehe es nicht. Was habe ich dir getan? Ich finde es witzig. Du kannst zum Beispiel auch Räder an dein Bett schrauben, dann hast du ein Bat-Mobil. Okay, das... Also, wenn das in einer Situation gesagt würde, fände ich das schon witzig. In einer Situation? Naja, stell dir vor, du gehst zu jemandem und du siehst, oh, du hast ja Räder am Bett. Und der antwortet, ja, das ist mein Bat-Mobil. Das wäre schon eine witzige Situation, oder? Äh, äh. Ey, Moment, Moment. Ich übernehme nicht die Urheberschaft des Witzes. Der ist nicht von mir. Er wurde ein Teil von dir. Äh... Erstes steht bei ihm zu Hause. Ja, mein Bett ist ja ein Rennwagen. So ein Rennwagen-Kinderbett. Rennwagen-Kinderbett. Die habe ich letztens beim Ikea gesehen und dachte mir so, das wird wirklich gekauft? Okay. Stell dir doch da auch die Situation vor. Das ist großartig. Was? Welche Situation denn? Oh, fuck. Naja. 364 Tage des Jahres hast du halt ein dämliches Rennwagen-Kinderbett da stehen. Und niemand sieht es. Aber irgendwann gibt es die Situation, wo man beiläufig sieht, dieser Typ schläft in einem Rennwagen-Kinderbett. Ich muss mal kurz auf die alte Grafik zurückschalten. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Jetzt bin ich gespannt. Weil das, was du gerade suchst, finde ich auch ziemlich gemein versteckt. Mich würde der Rennwagen-Kinderbett ja beeindrucken. Ah. Kann ich das Ding hier wegziehen? Ist das was zum... Oh. Guck mal, das sehe ich direkt in der alten Grafik. Boom. Wahrscheinlich steht auf diesen Steinen Peroglyphen einfach nur... Schieb mich. Hier ziehen. This way up. Ah, dafür brauche ich ja einen Schlüssel. Den habe ich gar nicht. Ja. Alter, das ist ja gemein. Auch den ist nicht gemein versteckt. Okay, ich habe ja noch andere krasse Ideen. Krasse Ideen hat er ja. Ja, ich habe Ideen, ey. Jetzt sage ich dir. So. Ideen auf dem Niveau von Batmobile oder... Das ist eine gute Idee. Puh, Ideen laufen weg. Ich habe das Gefühl, ich sollte sagen, man kann. Du standest nur nicht pixelgenau. Ach, jetzt stand ich wieder nicht pixelgenau? Schon ein bisschen ungenau, die Steuerung. Nein, sie erlaubt es dir genau falsch zu stehen. Aha. Da wollte ich nämlich hin. Ich wollte es noch von der anderen Seite probieren. Aha. Von wegen schwer versteckt. Zu einfach für mich. Autsch. Den Abgrund, dass die den nach unten hin machen, hätte man jetzt nicht erwartet. Ja, warum ist der Abgrund auch unten? Ja, das ist ja albern. Da sieht man den auch gar nicht. Denk doch mal nach. Wer setzt den Abgrund unten hin? Ich als Game Designer würde das ja anders machen. 6 von 10, Abgrund ist unten. Äh. Ich finde es übrigens höchst skandalös, das wollte ich vorhin sagen, dass man im Ladebildschirm ähm cool dass man im Ladebildschirm sieht, wie Lara mit dem Motorrad fährt und man dann in dem Level kein Motorrad fahren darf. Schade. Da war schon viel Schönes dabei. Ja. Aber Fahrzeuge gab es im ersten Teil noch gar nicht, ne? Die kamen erst mit dem zweiten Teil. Genau. Es gibt kein Fahrzeug in Tomb Raider 1. Ja, aber das hätte man im Remaster schon reinpatchen können jetzt. Ja, dass man die ganze Zeit mit so einem Dreirad durch die Lade fährt. I wanna play a game. Oder ein Skateboard. Nee, das Dreirad ist schon besser. Also manche Tomb Raider-Level wären auch ein gutes Tony Hawk-Level. Das Kolosseum. Change my mind. Da ein paar Halfpipes aufstellen. Bam. Da soll mal jemand sagen, veraltetes Spielprinzip. Der hält aber auch was aus, das Vieh. Das ist ein Panther. Es ist klar, dass der nicht umfällt, wenn du 20 Mal auf ihn schießt. Der hat ja Fell. Bam. In das Gesicht. Ist es wirklich ein Panther? Das ist ein Panther, ja. Es soll ein Panther sein. Aber Panthers sind doch pink. Vielleicht ist es auch eine Kuh. Nee, das wäre ja lila. Kühe sind lila, das stimmt. Gab es da nicht eine Studie, dass 20% der Leute in Amerika denken, dass Schokolade von lila Kühen kommt? Danach kam bestimmt eine Studie, dass das nicht nur in Amerika so ist. Dann gab es eine Studie, die gesagt hat, ja, das stimmt, was die Studie sagt. Aber die Studie war von denselben Leuten. Hier kann ich mich tatsächlich wieder an so ein paar Sachen erinnern. Ja, zum Beispiel diesen Raum, den habe ich sogar erwartet, dass der jetzt kommt. I'm so smart. Oh, ich kenne diese Hieroglyphen. Die sehen genauso aus wie in dem einen Lego-Set. Jetzt ohne Scheiß, die sehen eins zu eins aus wie in diesem Lego-Set. Wie hieß denn das? Moment. Kurz Google anwerfen. Äh, Lego. Lego. Ägypten. Abenteuer. Set. Wie hieß denn das? Da ist es doch. Hab's gleich, Chat. Hab's gleich, Chat. Jetzt bin ich gespannt. So, schau mal hier. Das sind doch diese Obelisken hier. Das sieht doch eins zu eins so aus. Kleines Symbol ist ein bisschen anders, aber wahrscheinlich steht da was anderes. Darth Vader war hier oder so. Ach du Scheiß. Die, die von dem Abenteuer-Set sehen eins zu eins aus wie die Obelisten auf seine Wurst-Reed. Ähm. Weder Tomb Raider noch Lego haben die erfunden. Ach ja? Ich weiß, dass die aus Indiana Jones geklaut sind. Hä? Ich dachte, die ägyptischen Architekten haben sich an Tomb Raider orientiert. Als sie ihre Obelisten platzierten. Ja, ich hab das große Set auch noch, ja. Es sind sogar alle Teile noch da. Meinst du, der rote Hebel macht die rot-rötlich-farbliche Tür auf? Das wäre ein gut lesbares Level. Das kann ja nicht sein. Oh, das haben sie auch schön gemacht. Ah, Krokodil! Ich wollte doch... Ah! Ich wollte doch nur die Landschaft begutachten. Ei, 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 ei. Das einzigste, was ich heutzutage immer noch komisch finde, ist, dass dieser Musik-Jingle zu echt komischen Zeitpunkten abgespielt wird. Ich fand, dass die Musik immer dann kommt, wenn einen gerade gestört hat, dass lang keine Musik mehr kam. Hier finde ich jetzt zum Beispiel auch den Raum ästhetisch sehr schön. Ja, ne? Würde ich einziehen. Nein. Das ist ein Fenster sogar. Weiß ich jetzt nicht. Einziehen. Ja, wenn der Boden mal fertig ist, dann kann das schon gut aussehen, denke ich. Ich finde, der Raum sieht aus wie aus dem frühen 2000ern. Ja, wir haben da alle so gewohnt. Ich weiß nicht, warum mir das gerade einfällt, aber witziger Funfact. Hat auch gar nichts mit zu tun. Ich bin nur wegen Musik draufgekommen, aber das muss jetzt aus meinem Kopf raus, damit ich an was anderes denken kann. Im Gothic 3 Handy-Game-Trailer wird Musik aus Silent Hill for the Room benutzt. So. Jetzt ist das aus meinem Kopf raus. Weißt du, du sagst, es hat gar nichts mit all dem zu tun und ich bin auf alles vorbereitet, aber dann beginnt der Satz mit im Gothic 3 Handy-Game-Trailer. Ja? Und ich dachte so, der Eisberg fängt doch nicht von unten an. Was ist jetzt deine Frage? Das ist nix. Das ist eine interessante Feststellung. Silent Hill-Musik ist ja auch gut. Sieht so aus, als würde ich hier was brauchen, aber... Dieser Raum sieht allgemein sehr merkwürdig aus gerade. Das ist nicht, was ich von dem Raum halten soll. Ach, der Alarm. Dein Video von Gothic 2 Handy-Game. Das ist Handy-Game noch nicht gespielt? Nee. Täuscht. Ich hab kein Handy, ich muss Toonmater kaufen. Nein, ähm... Ich wusste einfach nicht, dass ein Handy existiert. Äh, der ein... Ein Gothic 2 Handy-Game existiert. Ich hab noch nie ein Handy in meinem Leben gesehen, Herr Richter. Ich wusste nicht, dass ein Handy existiert, Herr Richter. Aber jetzt muss ich sagen... Ups. Entschuldigung. Gab es damals ein Handy im Gothic 3-Design? Womit denn? Oh, ist das sogar der Video-Link? Was hat mir denn das jetzt gebracht? Das ist Quatsch. Was genau war Quatsch? Na, dass da irgendwas ausgefahren ist. Ja... Es ist... Wichtig für deine Zukunft. Ähm... Nein, ich kann ja mal versuchen, die Kiste... Warte mal. Warte mal, ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Was hältst du eigentlich vom neuen Elden Ring-Trailer, Marco? Äh... Wie findest du denn Elden Ring? Ich dachte, ich nehme mal ein Topic, wo wir beide Ahnung von haben. Gut. Also, da mich Elden Ring ja leider nicht abgeholt hat... Ich sag nicht, dass es ein schlechtes Spiel ist oder so, mein Gott. Äh... Aber es war halt etwas, das... Wo ich gemerkt hab, das Open-World-Gedöns, das... Muss nicht sein. Ach, ich bin enttäuscht von dir. Also, mir hat Elden Ring auch nicht gefallen. Moment. Das war ironisch, oder? Nö. Ich find das Spiel echt... Ich find, das Spiel fällt halt am Ende auseinander. Okay. Kennst du Bosse als Bullet-Sponge? Das ist immer toll. Ah, das... Okay, ja, gut. So weit kam ich gar nicht. Mich hat schon... Ich war schon am Anfang von dieser offenen Welt irgendwie überfordert. Und das Ding ist halt, wenn so ein schweres Spiel, was es ja auch mal war irgendwie, ähm... So linear ist, dann hat man, wenn man einen schweren Kampf geschafft hat, immer dieses coole Gefühl, okay, jetzt komm ich weiter. Aber bei Elden Ring hast du einen schweren Kampf geschafft. Und dann dachte ich so, okay, aber vielleicht bin ich ja auch hier falsch. Ich weiß nicht, ich konnte damit gar nichts anfangen. Ja, aber du hast ja auch nicht Legends of the Soon durchgespielt. Also, was ist hier los eigentlich? Geht doch nicht. Das war auch ein bisschen unfair, wie früh ich damit aufgehört hab. Das geb ich zu. Aber als praktisch einer der ersten Dialoge war... Ja, du musst natürlich einer Fraktion angehören, um hier reinzukommen. Und es gibt genau drei. Denk doch mal nach. Jetzt wirst du aber ungerecht. Du bist ja noch nicht mal Bürger. Was war das hier nochmal? Eine Trommel. Oder was komplett anderes. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich das nicht verwechsel. Legend of the Soon. Das war nicht das mit den TTS-Stimmen, oder? Oder war es das? Nee, das war das mit dem sexischen Alchemisten. Ah, okay. Also, das war etwas früher, als das danach. Ich komme mit den Namen durcheinander. Ich habe immer wieder Gothic-Mods probiert. Und am Ende habe ich dann Gothic gespielt. Du musst doch mal ein neues an dich ranlassen. Die Toom-Matter-Mods sind brandneu. Das Remaster ist gerade erst rausgekommen. Ich habe gerade nicht so ein richtiges Ziel vor Augen, hier in diesen Tooms. Muss ich gestehen. Ja, dieser Raum ist ein bisschen verwirrend. Im Grunde genommen willst du jetzt gerade nach unten wieder. Auf einem Weg, auf dem du dir möglichst wenig wehtust und möglichst viel sammelst. Und du hast ja gesehen, dass du so Bodenplatten geöffnet hast. Ja, das ist korrekt. Auf einem Hebel. Und die sind ja da. Nennt man auch Spiegel, aber ja, benutzt es als Trommel. Was, Bodenplatten habe ich? Ich habe was? Also das Gebäude, wo du gerade auf dem Dach stehst. Aber habe ich nicht einen Hebel? Also, ich glaube, ich habe einen Hebel übersehen. Glaub ich. Oder? Das werden wir gleich sehen, wenn du zu einem Gebäude gehst. Nee, das ist doch offen, oder? Nee, das ist zu. Wie hast du das gemacht? Ich bin ein Zauberer, Harry. Dann ist deine nächste Aktion wahrscheinlich eher, jetzt den Safe zu laden, wo du oben warst. Nee, wir laufen nochmal nach oben. Weil das hier ist zugeblieben. Ja, genau. Eigentlich war oben ein Hebel, der das öffnet. Und du musst da direkt dran vorbeigelaufen sein. Du hast nur den einen. Schade. Dann musst du nochmal hochlaufen. Ja, das war ja auch mein Plan. Ja, stimmt. Scheiße. Ja, weil ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe was übersehen. Und wieder mal hatte Detektiv Nase recht. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ich mag, dass sie da den Zopf eingebaut haben. Oh ja, stimmt. Und, ähm, das war halt auch so eine Überlegung. Es waren ja rein technische Gründe, warum Lara in Tomb Raider 1 noch keinen Zopf hatte. Die haben das halt nicht flüssig damals... Ja, Lara hatte nicht lang genug Gehaare zu dem Zeitpunkt in dem Alter. Das ergibt schon Sinn. Sie haben ja definitiv keinen Dutt gegeben, weil der gerade in war. Ähm, und... Ach nicht? Und das ist wirklich eine sinnvolle, äh, Hinzufügung. War ich da drüben? Von da bin ich gekommen. Von da kamst du genau. Und in dem Raum hier... Gingst du ja im Wasser. Bin ich noch online? Du bist noch online. Ich sehe deinen Stream, der läuft. Okay, weil ich bin gerade vom Felsen erschlagen worden, weil mein, äh, Teleprompter abgestürzt ist. Dein Teleprompter. Das verwirrt dich an der Aussage. Du liest deinen Text ab? Moment. Woher wisst ihr, was ich sagen werde? Ich hab'n Teleprompter für meinen Chat. Ah, was, was, was ist, was unterscheidet einen? Warum hast du immer so komische Sachen? Was, was hab' ich komisch, was ist, was hab' ich noch komisches? Einen Tisch. Einen Tisch. Nur weil da zwei PCs drin sind, oder was? Mittlerweile sind es zwei. Es waren schon immer zwei. Es ist auch ein neuer Tisch übrigens. Ah. Der ist höhenverstellbar. Aber ein neuer Tisch mit nem PC drin. Mit zwei PCs drin. Und ich kann die Glasplatte auf durchsichtig oder Milchglas schalten. Der Knopfdruck. Das ist cool. Aber du wirst mir doch recht geben, dass man erstmal nachfragt. Dein PC ist in deinem Tisch. Ja, Teleprompter. Aber Teleprompter ist cool. Ja, ja, das ist cool. Da schaut man den Chat an, wenn man ihn liest, weißt du? Das hat so mehr Persönlichkeit. Ja, aber da fühlen die sich doch auch voll ertappt. Verdammt. Der Streamer guckt hin. Schnell wegducken. Frag erst gar nicht nach Nasus restlichen neun PCs. Ist das so ein Tisch, in dem du die ganze Hardware verbaut hast, oder halt nur ein Tisch, in dem du zwei Tower reingestellt hast? Das find ich eigentlich gut. Ist so ein ausgehöhlter Holztisch, wo zwei PC Tower drinstehen. Nee, das ist der... Den hab ich mir für Ewigkeiten mal gegönnt. Das ist der PC-Tisch Lian Li DK05. Und der ist echt cool. Ich hab diese Lücke da hinten schon gesehen. Ich bin aber davon ausgegangen, dass da nur ein Secret drin ist. Aber... Pass auf. Mag ich auch sehr oft. Aha! Ein Schalter! Hätte ich gleich machen sollen. Das heißt, ich muss die Kiste da rüberschieben, damit ich da hochkomme. That's the plan, okay. Soll ich dir sagen, wenn du dich in was verrennst? Wieso? Das Witzige ist, dieser Schalter macht die Bodenklappe des aktuellen Raums, die oben ist, die offen ist, ja? Der Schalter öffnet die. Aber sie geht auch auf, wenn man einfach drunter springt. Und das hast du schon getan. Warum? Also nicht. Das ist eine echt gute Frage. Warum gibt es den Schalter? Ich weiß es nicht. Ich habe halt wirklich nicht den blassesten Schimmer. So, was ist das mit den restlichen neuen PCs, was ich da lese? Hatten wir da nie drüber geredet? Moment. Ich habe gedacht, es geht jetzt weiter mit Ach, der übertreibt oder sowas. Darüber haben wir nie geredet. Nein. Haben wir nie geredet? Ich habe ein paar PCs. Ein paar. Du hast einen PC pro Finger. Korrekt. Wenn dir beim Kochen mal ein Unfall passiert ist, dann hast du einen PC pro Finger. Ja, ich habe halt einen Arbeitsrechner. Du zählst mit, ja? Jo. Arbeitsrechner macht auch Sinn. Verstehe ich. Ich habe einen, dann habe ich halt einen Gaming-Rechner, wo jetzt gerade das Spiel draufläuft. Macht Sinn, ja. Ja, muss man ja auch getrennt haben. Dann habe ich halt einen Aufnahmerechner, damit ich Spiele aufnehmen kann. Getrennt von meinem Commentary. Falls ich daraus ein Video machen will. Ja. Ergibt, das ist logisch. Das ist logisch. Das ist nützlich, ja. Das ist nützlich. Dann habe ich natürlich einen Server-PC, wo alle meine Daten abliegen. Hey, ja. Bis hierhin ist das alles voll sinnvoll. Ja, dann habe ich, dann habe ich, hier, sag schnell, dann habe ich natürlich noch einen Backup-Server, weil ohne Backup ist kein Backup, keine Kekse. Praktisch. Genau. Backup ist wichtig. Dann steht im Wohnzimmer ein PC zum Fernsehgucken. Kann man machen, ja. Dann ist im Schlafzimmer ein PC an den Fernseh... Also nur so ein kleiner PC. So ein Nook an dem Fernseher dran. Dann habe ich noch einen Gaming-Laptop, auf dem ich halt Word schreibe, aber auf den man auch spielen kann, wenn man will. Ach so, ja. Ja. Ja, wie viel sind wir denn? Wir sind bei sieben. Sieben. Dann habe ich noch meinen Windows 98-Rechner, dann habe ich noch den PC, den ich damals mit meinem Vater zusammengebaut habe. Mhm. Wir sind nun bei neun. Was suchst du? Ich überlege gerade, es müssten eigentlich elf sein. Es müssten eigentlich elf sein. Nee, aber du musst ja bei neun PCs, dachte ich an neun fette Tower, aber wenn du da jetzt auch Laptops und so zuzählst. Ich habe noch einen QNAP-Server, das ist auch ein kleiner PC. Mhm. Für Serien und so. Der Lord hat den Game-Nerd-Book. Ja, Großteil ist halt... Weißt du, dass der Vorteil ist, wenn man, wenn man selbstständig ist und in einem IT-Beruf arbeitet, dann kannst du halt jeden Elektroscheiß einfach von der Steuer absetzen. Das stimmt. Du kannst halt alles absetzen. Funktionieren alle noch? Der Windows 95 PC funkt? Äh, 98 war es glaube ich. 95, 98. Der funktioniert auch noch. Auf dem laufen die Gothic-Alphas. Den habe ich mir nur gekauft für die Gothic-Alphas. Die hat auch mal so Alphas, wo ich überlegt habe, ey, ich hole mir bald einfach einen alten PC. Manchmal ist das die einfachste Lösung. Den Raum kann ich mich zum Beispiel auch nochmal erinnern. Aber wo ging es denn jetzt auf der anderen Seite lang? Ja, die Rechner laufen halt nur bei Bedarf. Sind halt so abgesteckt, dass halt alles schön getrennt ist und sich nichts gegenseitig infizieren kann. Ah ja, das sind Stacheln. Ja, das. Herzlichen Glückwunsch. Fühle mit dir, Nase, ab selbst auch ziehen. Ja, die haben, ich habe halt die Altrechner selten verkauft. So. Dann sammeln die sich halt irgendwann an. Die meisten verkaufen ja ihre Altrechner oder geben sie auf Schrott oder so. Ich meine, wie viele Rechner hattest du in deiner Lebensspanne bisher? Sag ich nicht. Weniger, als du jetzt gerade hast. Wow. Okay, Boomer. Zählen Rechenschieber dazu. Ich gebe meine PCs an die Familie weiter. Ja, das bringt bei mir nichts. Mein Bruder benutzt nur Linux. Das heißt, der kann mit meinen Rechnern eh nichts anfangen. Und mein Vater kauft sich eh jedes Jahr einen neuen Rechner. Das heißt, das ist langweilig irgendwie. Äh, Rockio. Vielen lieben Dank für den Follow. Dankeschön. Ja, mein Vater bastelt halt gern rum, Xeros. Der kauft sich so einen Rechner, das ist gar kein modern Kram und bastelt dann dran rum. Der Sprung geht, oder? Sind wir in dieser Phase wieder angelangt? Der geht. Ah, dass man den Abgrund nicht sieht, das ist schon sehr schlecht vom Spiel. Wie kriegst du die kürzeste Flugbahn in der Luft? Äh, was? Mehr Tipps gebe ich aber nicht. Der geht. Ach komm schon, der geht doch. Was, kürzeste Flugbahn? Scheiße. Lass es doch einen deiner zehn PCs berechnen. Ah. Ähm. Mehr gerade. Ach so, mehr gerade. Entschuldigung, ich bin doch schon gerade. Ah, wie cool wär's, perfekt gerade zu sein. Wie kriegst du, Lara, perfekt gerade? Ja, ich hab ja schon gemacht. Hoff ich. Wieso geht das immer noch nicht? Ich hab mich doch an die Kante gestellt. Sag ich doch. Gigi. Speicher doch, bitte. Bist du so nervös? Oh, da drüben liegt Zeug. Let's go. Oh nein. Nein, mich macht das immer nervös, wenn du sagst, der geht. Mein Puls, der geht dann. Ähm. Nein. Also doch schon. Ey, viele Sachen gehen auch. Wenn ich sage, die gehen, dann gehen die oft. Das ist tatsächlich wahr. Also das mit der Bombe gestern hat mich beeindruckt. Mit was? Das ein Satz ist, von dem ich nicht dachte, dass ich ihn mal sage. Was hab ich gestern gemacht? Die Bombe, der Clip. Ach so, der, der Clip. Also, gut, ich gebe zu, ich hab das ungünstig formuliert vielleicht. möglich? Lass uns doch über Armrundungen reden. Ist schon klar, dass ich mir jetzt ein Emo den Auftrag gebe mit erotischen Armrundungen. Ich weiß zwar nicht, wie der Künstler das umsetzen soll, aber siehe für Eye Care. Künstler überlegt, so 10 Minuten und dann so, ach, der geht. Kann der mal stillhalten? Ja, Twitch löscht grad, löscht grad sehr komisch Emotes. Das ist wahrscheinlich ein nicht so gut geeignetes automatisiertes Verfahren, meinst du nicht? meinst du, dass das eine KI macht? Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein Mensch bei manchen der Emotes, die gelöscht werden, sitzt und sich denkt, das ist aber Sünde. Doch, doch, bei jedes einzelne Emote wird von einem Menschen überprüft. Der sagt, entweder der geht oder der geht nicht. Dieser Raum erinnert mich irgendwie an einen bestimmten Raum in Dark Souls 3. Das sieht genauso detailliert aus. Nee, warte, es ist Dark Souls 2. Ah, jetzt hab ich's. Aus irgendeinem Grund hätt ich's mega witzig gefunden, wenn in diesem gigantischen Raum so in einer Ecke ein kleiner Stuhl und ein kleiner Tisch steht. Oh, okay. Kann es eigentlich sein, dass das Level scheiße lang ist? Nee, also, dass du eine Stelle zweimal machen musstest, hat es jetzt in die Länge gezogen. Ja, das muss ich ja ständig, das ist ja kein Argument. Die Level werden länger, wenn man sie doppelt spielt. Es ist auch komisch, dass alte Menschen auf Fotos jünger aussehen. Und junge Menschen sind bei meisten, da gibt's keine Fotos aus der Zeit dann. Was ist das für ne Verschwörung? Folgt mir für mehr Weisheiten. Das ist die Frage, will ich zurück oder will ich erst mal zurück? Also, das andere, also es gibt ja zwei zurück, es gibt nach unten und es gibt hier zurück. Du weißt, was ich rede. Fuck my life. Oh mein Gott, du willst nicht nach unten. Ja, das, ich wollte ja auch nicht. Es hätte sein können, dass du dich dafür entscheidest, aber dann hättest du das Level ein drittes Mal komplett durchspielen können. Aha! Da drüben sehe ich einen Schlüssel. Oh ja, äh. Den sollte ich vielleicht mitnehmen. Diese Adleraugen. Das Witzige ist ja, dass der Schlüssel literally das Einzige in diesem riesigen, leeren Raum ist. Aber so ein bisschen unpraktisch platziert. Ja, man sieht ihn ein bisschen besser. Es gibt zwei Zurücks. Natürlich gibt's zwei Zurücks. Was ist eigentlich die Mehrzahl von zurück? Warum google ich das jetzt? Das zurück. So, es gibt kein Plural. Es gibt nicht mehrere Zurücks. Sagt zumindest die Grammatik. Ja, aber hat die wirklich Ahnung? Das sieht auch so aus, als könnte man die Türen irgendwie später öffnen. Mit dem Schlüsselloch, das man echt schlecht sieht. Holy shit. Das Schlüsselloch hat sogar die selbe Farbe wie die Tür. Ja, aber das sieht man echt ein bisschen schlecht mit der neuen Grafik. Ja, es leidet auch ein bisschen darunter. Ey, ich wollte da noch gar nicht hin. Okay, jetzt sind wir drin. Gerade du Möder 1, wenn es dort ein bisschen dunkler ist, ist halt der einzige Teil ohne Fackeln. Was unpraktisch ist, wenn du dunkle Bereiche in einem Spiel ohne Helligkeitseinstellung machst. Was meinst du denn jetzt damit? Gibt es echt keine... Oh, das sieht wie ein Fallenraum aus. Dreh mal speichern. Aha! Man... Bedrohliche Musik. Okay, dafür brauche ich mal wieder einen Schlüssel. Hübsch. Immer wenn ich auf die alte Grafik in diesen Ägyptenabschnitten schalte, habe ich das Gefühl, ich werde weggebrutzelt. das... Achso, weil es so... Vrom... So... So überstrahlt einfach. Ja, wir spielen ja auch Strahler-Croft. Ja. Die ist stille. Love it! Ja. Die ist stille. Die ist stille. Lara ist ja auch eine weibliche ägyptische Worte halt, weil... Wie machst du das eigentlich, dass du, wenn du weißt, ein Witz ist nicht so gut, ihn trotzdem erzählst? Naja, also, ich finde ihn ja gut. Ich finde ja grundsätzlich alle meine Witze gut. Ich muss... Ich brauche so ein Gerät, das... ein realistisches Grillenzirpen nachbildet. Sodass es sich so anhört, als wäre bei mir wirklich eine Grille. Zirp, 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 geht nicht. Das ist ja unrealistisch. Wir machen eine Grille. Irgendwie so, ne? Fast. Klingt wie echt. Du hast gerade den grillenden Krieger klärt. Kein Telefon. Du hast den grillen und den telefonenden Krieger klärt. Oh Gott, will ich hier überhaupt drunter? Bestimmt. Au. Du kannst hier nicht rein, du bist doch nicht einmal Panther. Denk doch mal, ne? Please. Macht das Game Spaß, sieht halt sehr oldschool aus. Sieht halt ein bisschen aus wie 2000, ne? Nö, macht Spaß. Also, jetzt nicht das Sterben hier. Cool. Ja, die fressen wahrscheinlich Skarabeenlander. Ich glaube, die fressen einfach Laras. Es sind ja eben schon drei reingefallen. True. Okay, ich glaube, er ist tot. Skarabeen, ich weiß nicht, wo die herkommen. Wo kommen Skarabeen ursprünglich her? Im heutigen Stream habe ich drei Dinge gegoogelt bisher. Drei! Ah, 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 drei! Die Mehrzahl von zurück und wo kommen Skarabeen her. Oh, in Midi-Pack, Schmidipack. Okay. Afrika, Asien, Südamerika. Und Jump! So habe ich dadurch jetzt irgendwas gewonnen? Außer woanders zu sein? Munition habe ich gewonnen, da hat es sich doch schon gelohnt. Ich warte nur schon die ganze Zeit auf eine bestimmte Stelle, die einfach nicht kommen mag. Mal gucken, wann, wann die kommt, weil ich hatte irgendwie in der Erinnerung, dass ich so in der Mitte des Games war, aber wir sind schon über der Mitte vom Game. Plot twist wäre, wenn du etwas mit Anniversary verwechselst. Oder mit den anderen Tomb Raidern, die ich ja alles so gut auseinanderhalten kann. Wo ist denn hier Venedig? Das war doch gar nicht bei Ägypten. Das ist ja Betrug. Schon wieder so eine Trommel. Au, da wollte ich nicht reinspringen. Kann ich damit irgendwas machen? Das ist hier angucken, auf jeden Fall. Lara, please. Ich will doch nur da nach oben. Ich glaube, da komme ich nicht hoch. Ähm, von da bin ich gekommen, ne? Ja. Ja. Genau. Das ist aber auch ein irgendwie gemeiner Raum mit diesen ganzen, ganzen Vertiefungen in dem Block in der Mitte. Ja, ich such gerade, genau, die habe ich gesucht. Weil ich habe mich noch erinnert, dass in einer dieser dummen Vertiefungen was war. Das ist richtig. Der, der, das Krokodil hat ihn auch gerade erst gefunden. Ja, ja. Das ist schon viel länger hier. Das Krokodil wollte mir gerade einen Hinweis geben. Ich schaue mich nochmal um. Ne, jetzt bin ich einmal komplett rum. Bin ich einmal komplett rumgeschwimmt. Wir brauchen eigentlich noch eine Mod, die macht, dass immer, wenn das Ausrufezeichen auftaucht, auch dieser Sound aus Metal Gear Solid kommt. So, und ich glaube, jetzt kann ich zurück, weil am Anfang war ja ein Schloss, ne? Genau. Eine Tür. Und dahin will ich jetzt wieder zurück. Wer baut sowas eigentlich? Westliche Entwickler, die sich eine ägyptische Ruine vorstellen. Die Ägypter. Ja, du, ich muss nochmal ganz kurz in die Grabstätte. Kannst du mir nochmal aufmachen? Oh, nicht schon wieder durch den Tunnel tauchen. Boah. Irgendwie hat der Schlüssel nicht das aufgemacht, was ich dachte, was er aufmacht. Den Raum! Den Raum habe ich gesucht. Ich dachte es mir so ein bisschen. Den habe ich gesucht. Ein schöner Raum, nicht? Furchtbar. Furchtbar schön, richtig. Wie hat dir eigentlich Two Thrones gefallen? Wo wir gerade bei furchtbaren Räumen sind. Two Thrones, äh... Princes of Persia, also nicht Herr der Ringe. Ah, ah ja. Moment. Der Herr der Ringe ist nicht Two Thrones. Doch, die zwei Türme. Tau, Turm ist nicht Throne. Doch. Nein. Hatten wir heute in der Beginning Class vor Englisch. Friends of Persia, Two Thrones, das ist natürlich ein bisschen lang her jetzt schon. Das war doch letztes Jahr. Es war das Jahr davor. Was? Das ist natürlich so lang her. Ja. Letztes Jahr habe ich diesen vierten Prince of Persia aus dieser Serie, diesem Teil der Serie praktisch gesehen. Nee, du hast doch letztes Jahr hast du doch Two Thrones gespielt. Ich werde keine Twitch-Tracker- Recherche anstellen. Ähm, nö, aber ich fand keinen der Prince of Persia-Teile schlecht. Das ist, was mir im Gedächtnis blieb. Ich fand die alle auf ihre Weise irgendwie cool. Selbst den Prince of Persia-Reboot-Teil von 2008. Ja, den mag ich auch sehr gern. Ist ja noch so schön irgendwie. Ich wollte, ich wollte gerade wie in Angel of Darkness das Ding umtreten. Ich bin stärker. Dann habe ich aber gemerkt, das ist nicht das richtige Spiel. Scheiße. Wäre aber ein cooler neuer Move, der aber dieses Level irgendwie sehr langweilig machen würde. Es wäre sehr schnell vorbei, aber der besteste Troll. So, schafft man diesen Sprung? Easy. Aber GG. Er ging. Er ging. Wenn es geht, macht man. Er war unnötig, aber er geht. Heute zu Gast des Tales Gaming. Durch Altersschwäche Versterbender tun wir Speedrunner und Laber Experte. Wow. Wenn Nase noch mehr versucht, irgendwie zu schießen. So. 2020 habe ich Two Thrones übrigens gespielt. Was? Nein. Doch. Laber doch nicht. Daxdonius hat es gerade recherchiert laut Trittwecker. Der ist doch falsch. Nee, ich wusste, dass das schon länger her ist. Ist der Sprung so gedacht? Ich mache ihn immer so. Er wirkt jetzt auch nicht verrückt. Er ist ja sehr leicht und offensichtlich. Das liebe ich. Ein Schalter, wo ich nicht weiß, was er macht. Lieb ich. Großer Fan. Sechs von zehn. zehn. Hm. Die Frage ist, wo will ich jetzt zuerst hin? So many possibilities. Warum nicht einfach überall gleichzeitig? das wäre auch cool, so Super Meatboy mäßig, wo du dann im Recap siehst, wo Lara überall gestorben ist. Das wäre geil. Ich weiß, warum ich gespeichert habe. War ein guter Save. Hier, das Save, den man lädt, ist ein guter Save. Und Hepp? Und Hepp? Au, ich wusste es. Und Hepp? Und Hepp? Ich bin oben, der König der Welt. König. Das bringt mir gar nichts, oder? Doch. Ich sehe es. Ich habe es gesehen. Vielleicht mit Anlauf. Ja. Das war kein guter Save. Hi, Ginger. Und hüpf. Hallo. Und hüpf. Und hüpf. Rollen ist auf Ende auch. Ja, aber es ist ja kein Rollenspiel. Ende. Dieser Witz wurde präsentiert von Pappenheimer und Coca-G. Es gibt ja diesen Witz. Ach, mit gedrückter Steuerungstaste kann ich nicht auf 1'en. Okay. Und gerade umschalten. So. Und nun? Du fandest gerade wahrscheinlich den, also ich höre ja den Ton nicht, du fandest gerade den Hangel-Sound wahrscheinlich komisch, ne? Ja. Ähm, das ist der Original-Sound und der ist auch in keiner Weise irgendwie verbessert und das hört man ziemlich stark. Will ich jetzt darüber hangeln oder will ich einfach da runter springen? Also da du ja eh nicht um Ecken hangeln kannst. Nee, das wäre ja auch Quatsch um Ecken hangeln. Das ist ja pfff. Da hat ja auch der Kantenmaler nichts hingemalt. Uh, ein Schaltere. Oh, wieder einer, wo der mich nicht weiß, was er macht. Es wird offensichtlich sein, wirklich. Es ist der in der Nähe. Ich weiß nicht wo. Es sieht so gut aus. Du kannst ruhig du zu mir sagen, Ginger. Ein bisschen Eitelkeit muss sein, ja. Ja, das Pappen also Remaster. Was treibt der da gerade? Da ist ein Spiegel, der wollte mal gucken. Ah, Grafik ist etwas alt. Wow. Okay. Sieht aus wie ein Mensch aus den 2000er. Da habe ich mich aber gut gehalten. Das stimmt wohl. Weil ich bin ja schon viel viel älter. Also ich bin auch viel reifer. Ja, klar. Merkt man ja auch. Moin. Moin. Okay. Sas. Wir brauchen eine Mod, wo die so mir Moin sagt, wenn man dann hier vorbeiläuft. Moin. Moin. Ich nehme jetzt einfach mal ganz altmodisch die Treppe hier. Das ist gut. Oh, ein Schalter. Wieder. gut. Oha, was? Zwei auf einen Streich? What? Du hast gerade so ziemlich den idealen Weg da durch genommen. So zeitmäßig. Ja, weil ich das Spiel halt auch schon kenne. Ist ja auch klar. Ich weiß natürlich, wo ich hin muss. Ich bitte dich. Kann ich jetzt nicht einfach hier runter? Da liegt Munition. Das wusste ich, deswegen wollte ich hier runter. Boah, da liegt ja auch richtig viel Stuff. What and that? Bist du eigentlich auch der Auffassung, dass die Gleichung mehr Käse gleich weniger Käse ist? Das ist vollkommen logisch. Da muss ich das ja nicht ausführen. Die Gleichung ist, wenn du einen Käse mit Löchern hast, dann wenn du mehr Käse hast, hast du auch mehr Löcher. Aber mehr Löcher bedeutet ja auch weniger Käse. Das heißt, wenn du ausrechnest, ist die Gleichung mehr Käse gleich weniger Käse. Das ist sowas, dass ich mich nie getraut hätte zu erzählen, weil ich davon ausgegangen wäre, dass absolut jeder das schon gelesen hat. Aber was passiert, wenn du einen Käse ohne Löcher kaufst? Dann funktioniert die Gleichung nicht. Will ich überhaupt darüber, Marco? Also, das kannst du halt machen. Es ist weder wird es schlecht sein. Was will ich denn gerade sagen? Es ist ein Secret. Beide Gegenstände gleichzeitig aufgenommen. Was ist das für eine Magie? Ja, wobei das hat sie im Original auch schon getan. Aber sie tut das hier jetzt auch mit Gegenständen, die nicht direkt nebeneinander liegen. Ich komme nicht mehr zurück, oder? Nicht auf diesem Weg. Aber wenn du dich umschaust, gibt es eine Stelle, wo der Sturz nicht so tief ist. Du musst übrigens nicht ins Wasser springen. Tu uns das nicht an. Tick Nase dick. Aha. Zwei auf einen Streich. Boah, 15 Medipacks. Ich glaube, so viel hatte ich nie als beim ersten Playthrough. Ich weiß noch genau, dass wir im letzten Level, du hattest keines mehr und es gab erzwungenen Schaden, den du gerade so überlebt hast. Ja, weil ich das halt genau berechnet habe hier. So, ich gehe einfach mal davon aus, dass hier der letzte Schalter ist, den ich brauche. Wirkt logisch. Ja, das klingt sinnvoll. Das klingt sinnvoll jetzt, wo du so sagst. Die Frage, ist es er oben oder ist er unten? Dieses Ledergeräusch klingt halt wie eine runtertickende Uhr, deswegen war ich vorhin kurz panisch, weil ich dachte, ich hätte irgendein Zeitlimit. Ausdauerleiste. Wenn sie leer ist, lässt Lara einfach los. Das war immer noch mein Lieblingsfeature in. End of Darkness. Dankeschön. Sag doch einfach dritter Teil der von Troy Trilogie, dann weiß jeder, was gemacht ist. Der von was Trilogie, genau? Von Croy. Ja, natürlich. Das weiß man doch. Der von drei Trilogie. Trilogie. Ich habe das Gefühl, ich hätte nach unten gemusst. Da du ja jetzt den gesamten oberen Bereich erkundet hast, liegt das nahe. Ich bin halt einfach ein schlaues Bürschchen. Diese Schlussfolgerungen. Man nennt mich auch Detective Ko-Ko-Ko-Nase. Ko-Ko-Nase. Die Ko-Nase. Ach, komm schon, Lara, wirklich. Wahrscheinlich ist die Schwierigkeit, in dem Raum wieder hochzukommen. Gar nicht so sehr, runterkommen und das hochkommen. Ich glaube nicht. So. Ich denke, das hochkommen ist nicht so schwer. doch, ich glaube schon. Okay. Oh Gott, es sind hier zwei. Fuck. Ich wollte es ohne Medipack schaffen. da habe ich bei denen ja immer die Angst, also wenn die sterben explodieren, die ja und die reißen dann sowas von in den Tod, wenn sie können damit. Findest das nicht ein bisschen reißerisch? Ich spiele jetzt einfach nur für mich das Grillenzurpen Video ab. Ach, ist das schön heute. Ich bin mir noch nicht sicher, ob meine Witze besser oder schlechter werden, wenn ich ausgeschlafen bin. Bist du ausgeschlafen? Nö. Wollen wir das nächste Mal früher spielen? Gestern war ich ausgeschlafen. Ich glaube, es ist egal, wann wir spielen. Mitternachts. Nein, ich wollte nicht runterspringen. Nein! Medipack, fuck it. Ist das Medipack, Lara? Ist den verbannt? Äh, ich habe ein Israel, vielen Dank für den Follower. Dankeschön. hier unten ist ja gar nichts, Marco. Wie fändest du das, wenn der Hebel weder oben noch unten ist? Aber ist in diesem Raum. Das fände ich gar kratzil. So guckt ein Mensch fünf Sekunden bevor er den Fotomodus hat. So, wo könnte der Hebel sein? Da drüben vielleicht? Oder bin ich von da gekommen? Von da bin ich gekommen? kamst du her, genau. Dann ist er bestimmt auf der anderen Seite. Oder ist er etwa direkt unter mir? Oh, kann man sich da festhalten? Nee. Festhalten wird nicht direkt gehen. Scheiße. Also du kannst einmal in den Raum klettern. Es gibt aber auch dieses, wo man festhalten nur antäuscht und Lara so ein bisschen nach vorne fliegt. Ich habe eine viel bessere Idee rauszufinden, wo der Schalter ist. Aha! Nein, das ist nur ein altes Wandmuster. Aha! Ist schon praktisch dieser Modus. Fühlt sich überhaupt nicht wie Schummeln an. Weiß es nicht. Den Sprung, der müsste doch gehen, oder? Ähm, ich denke, ja. Der geht. Ich würde mich sehr wundern, wenn er nicht geht. Ja, ich sage, der geht, also geht der auch. Also, wenn ich, jetzt will ich. Also, gerade war noch nicht, gerade wollte ich noch nicht. Jetzt will ich. Du musst es auch wollen. Guck, easy. Easy. Wobei ich sagen muss, ich finde Fotomodus tatsächlich angenehm in dem Spiel, eben ihn für sowas zu benutzen. Ja, also, es ist ja ein Singleplayer Spiel. Man kann ja nicht sagen, dass du jetzt einen unfairen Vorteil gegenüber deinen Mitspielern hast. das geht gar nicht, das geht gar nicht, dass du ein Spiel anders spielst als ich und dabei Spaß hast. Das geht nicht. Ich meine, ich würde wahrscheinlich, wenn ich das spiele, nicht. Schreckliche Diskussion immer bei den Souls spielen. Du musst es aber ohne Summons spielen, sonst macht dir das Spiel gar keinen Spaß. Du darfst keinen Magier spielen, Magier ist broken. Ja, du hast es ja gar nicht richtig durchgespielt. Es ist nicht Dark Souls, wenn du eine andere Klasse spielst als ich. Ja. Dann hier schon immer Sessel drin. drin. Ja, sie sahen damals wahrscheinlich sehr viel hässlicher aus. Ja, du hast ja auch die Version gespielt, wo der eine Boss genervt wurde. Da hat es ja jeder geschafft. Furchtbar diese Diskussion. Okay, was wollte mir die Kamera gerade sagen? Dass diese Tür immer noch zu ist. Sie ist immer noch zu. Haben sie diese Kamera Fahrt einfach für jedes Item eingebaut und dann wird erst überprüft wenn du viel hast, dann geht sie auf. Damit sie nicht abfragen mussten. Ich weiß nicht, sie ist offen. Nice. Habt ihr das Original gespielt? Ich habe alle Originalteile mit Marco zusammen vor ein paar Jahren durchgespielt. Ja, und ich spiele diese Spiele schon immer praktisch. Kein anderen. Nie. Damals, als du noch jung warst, wolltest du sagen. Moment. Die Tür war doch unter Wasser. Warte mal, doch, ja, doch, unter Wasser. Ja, ich bin als Kind nie reingekommen, weil ich die als Kind tatsächlich zu schwer fand. Ich habe lange Zeit als Kind in grundsätzlich jedem Spiel einfach nur gecheatet. Ja, ich auch. Für wie nennst du mich? Warcraft 3 Cheats warpten und Creed is good und so ein Kram und GTA habe nie die Story wirklich gespielt. Was war das erste Spiel, was ich gespielt habe? Ich kann mich da leider nicht mehr so richtig dran erinnern. Die Luft wird knapp. Schade. Puh, das war echt knapp. Äh, nochmal. Ähm, ich weiß halt, dass ich so den üblichen Scheiß gespielt habe, Morhun und so. Ich weiß noch Morhun 2 habe ich gespielt. Aber so richtig ... ich glaube, das erste richtige Spiel war auf dem Gameboy, wahrscheinlich Mario oder so. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Auf PC Spy Fox und das Milchkartell bestimmt. ich kann mich leider echt nicht mehr erinnern. Ich müsste meine CDs nochmal durchgehen. Was da war. Aber ich kann mich da leider gar nicht dran erinnern. Ich weiß, ein Kumpel hatte eine Playstation und da haben wir immer gezockt. Ähm, das Problem war halt, er hatte keine Memory Card. Das heißt, wir haben jeden Tag das gleiche gezockt. da war halt Tekken 2 und Tekken 3 kann ich mich noch lebhaft erinnern. Und MDK, wo wir nie über das erste Level hinaus gekommen sind, weil wir es nicht gerafft haben. Aber ich glaube, sowas wie Rollercoaster Tycoon war bestimmt ganz vorne mit dabei. Stimmt, ohne Memory Card spielt man die Spiele irgendwie länger. Das ist korrekt. Aber wir haben jeden Tag Tekken 3 alle Charaktere freigeschaltet, um uns dann zu prügeln und dann am nächsten Tag das gleiche wieder zu machen. NASA schon damals ist entweder in die Länge gezogen. Oh mein Gott, wie cool könnte man Leute eigentlich damit triggern, dass man einfach jeden Tag dasselbe Ja, ich habe keine Memory Card. Du musst nochmal von vorn anfangen. welcher Jahrgang bin ich 91. Also steinalt. True. Du bist 30 oder 31 alt kann mir das nie so richtig merken. So ungefähr, ja, müsste ich nicht schon 32 sein? Ich weiß nicht, wie alt bin ich denn? Das fand ich gerade komisch, denn 91 glaube, du kannst nicht 31 sein, das ist unmöglich. Die Tür ist immer noch zu. Ich werde 33 ist 33 33 Nein. Ja, doch. Quatsch. Das sind Lügen. Gib es in einen der PCs ein. Das ist ausrechnen. Nee, das sind ja, was mit den Schaltjahren? Achso, ja gut. Dann wärst du jetzt noch gar nicht alt genug, um zu streamen wahrscheinlich. nicht. Ich bin gut durch das Level durchgekommen, hab ich's Gefühl. Bist du auf jeden Fall, ich bin ein bisschen verwundert. Das war Floddy Karoddy. Halt auch immer so ungefähr den schnellsten Weg gewählt. Ja, weil ich mich halt schon auskenne. Ja, das Muscle Memory. Das macht die Erfahrung. Und alle Geheimnis gefunden. Ich bin einfach zu krass. Oh, an die Treppe kann ich mich auch noch erinnern. Bringt mir ein schwereres Spiel. Gib mir das schwere Tomb Raider Level. Gib mir das schwere Tomb Raider. Nee, ich bin tatsächlich ein Mensch, ich muss ein Spiel drei, vier Mal spielen, bevor ich mich da draußen an irgendwas erinnern kann. Ich vergesse halt auch meistens, was da eigentlich los war und dann fragen mich Leute, warum ich immer dasselbe spiele und dann sage ich, Moment, das habe ich schon gespielt. Dann bringen die mir leider Beweise. Ja, das blöd. Warum habe ich eigentlich immer noch keine Usis? Die kannst du ja noch nicht haben, du könntest die Magnums haben. Ja, und warum habe ich die noch nicht? Weil ich, das war das eine Secret, auf das ich dich hingewiesen habe, wo du gemeint hast, das geht zu schwer. Aha, das sagst du jetzt, warte mal, habe ich die Magnums? Du hast die Magnums, die kann man auch bei Pierre, bei Pierre hast du die Magnums gesammelt. Wusste ich natürlich. Ein bisschen zu spät dran für die Preisverleihung. Und ich bin tot. Ach guck mal, krass, ich habe die Magnums. Echt? Wo ist die her? Aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass ich den Schwierigkeitsgrad nicht einstellen kann. Naja, Pistolen ist schwer, Magnums ist Medium. Ich mag mein Steak, aber well done. 1200 Munition ist übrigens eine Zahl für Magnum Munition, die ich in dem Spiel noch nicht gesehen habe. Wieso ich die ganze Zeit Pistolen benutzt habe? Du hast jetzt vermutlich genug Magnum Munition für den Rest des Spiels. Das testen wir aus. Magnum only, let's go. Ich habe schon lang kein Magnum mehr gegessen. Ja, Vex Morrigan, man kriegt lächerlich viel Munition. Jetzt stell dir aber vor, du bist Co-Kommentator in einem Playthrough, wo der Spieler die ganze Zeit nur die Pistolen benutzt und sich am Ende wundert, warum er keine Heilung mehr hat. Hallo? Das war gar nicht so schlimm. Es war tatsächlich nicht so schlimm, wie ich anhand der Umstände vermutet hätte. Ich bin halt einfach ein Profi Gamer. Viele halten mich ja für blöd, aber die überschätzen mich. Ist okay? Mein Humor ist sehr simpel. So, das war doch der Raum mit den fliegenden Uzzis. Dass du das noch weißt, aber ja, das ist so. Ich kenne mich aus. Wobei ich die irgendwie in meinem Kopf waren die auf der anderen Seite. Aber vielleicht habe ich das Spiel auch damals spiegelverkehrt gespielt. Weil es sonst zu leicht gewesen wäre. Richtig. Genau, dass du mich für dumm hältst, zeigt mir, dass du mich für dumm hältst. Da wollte ich gar nicht runterspringen. Lara ist dead. Wieso springt Lara gerade nicht? Was? Ah, ich drücke die falsche Taste. Das ergibt Sinn. Schade. Das Knackgeräusch ist schon schön. Da hätte ich gerne so eine Kamera wie bei den Mortal Kombat spielen. Das würde ich feiern. Ich gehe aber davon aus, dass ich hier hin muss, weil es hier so schön leuchtet. Was kommt drauf an, ob du zurück möchtest? Warte mal, von da bin ich gekommen. Das ist richtig. Wann bin ich bei den Beans? Wenn die mich einladen. Die laden mich aber nicht mehr ein. Weiß auch nicht. Was? Frechheit. Frechheit. Skandal. Ja, nee, keine Ahnung. Ich habe zwei, dreimal gesagt, dass ich Bock hätte, einen weiteren Run zu zeigen. Die haben gesagt, ja geil. Und dann nie wieder gemeldet. Geil, dass du Bock hast. Tschüss. Das ist ja schön für dich. Geil. Weißt du, und ich will, ich, ich komme mir da halt auch blöd vor, wenn ich den hinterher renne und so sage, ey, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Die haben kein Geld mehr. Sind die nicht gerade aus der Kurzarbeit wieder raus? Ich wusste doch, der Jump geht. Nein, Lara, nein. Oh Gott, alles gut. So, will ich hier überhaupt hin? Erzähl doch mal, Marco. Will doch bestimmt irgendwo da rüber. Zu den Unsichtbaren. Gerade, gerade eigentlich nicht. Aber die unsichtbaren Mini-Guns. Also, das Ding ist, man kann das wohl theoretisch so in der Reihenfolge machen. Also, ich will dich ja nicht stoppen, wenn ein Weg geht, nur weil ich den nicht so gehen würde. Und ich glaube, der geht so. Ja, nee, also wie gesagt, ich hätte nochmal Bock drauf, bei den Beans also auch vor Ort zu fahren. Aber ja, ich renn... Ich will den jetzt auch nicht hinterher rennen. Das wirkt irgendwann komisch. Aber ne Mail schreiben mit Run, Run. Woher kennen wir uns beide? Tinder. Ich glaube, ein Zuschauer hat mir mir empfohlen... Ich muss das richtig stellen. Das ist so nicht ganz korrekt. Aber nur nicht ganz. Ich weiß es nicht mehr. Du hast irgendwann mal reingeradet, aber ich weiß nicht mehr, warum. Genau, ich habe sogar relativ regelmäßig reingeradet, weil ein Zuschauer mir empfohlen hat, da rein zu raiden. Und ich habe da reingeradet und es war gut und... Irgendwann hast du dich dann gemeldet, weil du dir Tomb Raider ansehen wolltest. Nee, ich wollte nur deinen Fame abgreifen. Jaja, das auch wahrscheinlich. Welchen Fame? Ähm... Und so kamen unsere Tomb Raider Playthroughs zustande. Weißt du was? Ich gehe jetzt hier runter. Das Viech nervt mich nämlich. Von der schlechten Witze-WhatsApp-Gruppe. Das ist die viel bessere. Das ist auch glaubwürdiger eigentlich, ne? Man lernt sich doch nicht kennen, weil man einen anderen Streamer raidet. Nee, das geht nicht. Das muss eine Witze-WhatsApp-Gruppe gegeben haben. Ja, ich weiß gar nicht, was ich damals gespielt habe. Was soll ich dir sagen? Das wird dich nicht überraschen. Was könnte es wohl sein? Was könnte es wohl sein? Ich meine... Skyrim. Es war Skyrim. Nicht ganz. Tatsächlich hast du immer, wenn ich dich geradet habe, jenes Spiel gespielt. Lügen! Lügen! Klevian, womit denn? Ich weiß gerade nicht, wo ich hin will. Ich bin ein bisschen frustrierend gerade. Ähm, also folgendes es gibt... Wie erklär ich den Weg am besten? Wenn du von... Wenn du darf dem Arm der Sphinx, wie du eben gedreht warst, stehen bleibst und ein bisschen nach oben guckst. Genau, dreh dich mal mehr nach links. Guck ein bisschen nach oben. Siehst du den Hebel? Jaja, da wollte ich ja ursprünglich hin. Genau, und davor sind... Da, wo Laras rechter Arm gerade war, sind dieses... dieses Säulengeflecht. Das willst du praktisch hochkackern. Ja, ich wollte es irgendwie von da probieren, aber ich habe gemerkt, das wird nix. Das geht auch, führt aber zu einem anderen Hebel. Und das sind im Prinzip zwei Sachen, die du hochklettern willst. Um wie viel Uhr kommt morgen der Pazifist? Nur um 18 Uhr. Falls ich den Schnitt fertig bekomme. zwar fast fertig, aber halt nur fast. Ich muss mich nach dem Stream heute noch mal noch mal dransetzen und ja, morgen früh vielleicht noch ein bisschen was schneiden. Ist es noch pazifistisch, wenn man das arme Video zerschneidet? Ja. Okay. Gut, man kriegt ja keine IP dafür. Richtig. Irgendwie habe ich damit gerechnet, nach vorne zu sliden. Nein! Wieso, Marco, wieso? Ich finde es super, wie der Dialog im Prinzip immer ist, oh, wenigstens bin ich nicht an XY gestorben und eine Minute später stirbt man an XY. Furchtbar. Diese ungenaue Steuerung, dieses altbackene Gameplay. Wo man stirbt, wenn man versagt. Wenn es doch wählbare Schwierigkeitsgrade gäbe. man einstellen könnte, wie viel Schaden der Boden macht. Aha, jetzt ist das Ding offen. So ist es. Ja, grünflig verbessert hier. Ja. 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 Alter. Was ist denn sein Problem jetzt gerade? Und da bin ich nicht dabei. The New Game Plus? Nee. Das ist der mit den Speicherkristallen, ne? Nicht nur. Gegner sind auch stärker, man hat weniger Heilung, ganz, ganz böses Zeug. Ja, es klingt ja jetzt nicht so schwer. Aber warte mal, wenn man im Prinzip ja dann wählen kann, ob man das Spiel auf normal oder auf schwer spielt, ist das nicht gewisserweise ein wählbarer Schwierigkeitsgrad? Na, nein. 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 Ah. Speichern. Und tipp. Yay. Look at me. I have to Uzi now. Blup. Wie viel Munition habe ich für die? 600. Oder B00. Soll ich wieder den Hexrechner rausnehmen? Warum? Wie? Ja, das ist, ähm, das ist, äh, Schwebestufe 1. Ach komm jetzt. Warum kommen denn es zwei von denen? Weil du B00-0-Uzi-Munition hast. Das ist natürlich die Frage, wo will ich hin? Will ich erstmal wieder runter? Ich glaube, ich will erstmal wieder runter. Und gucken, was die Tür jetzt geöffnet hat. Die war doch irgendwo hier, hoffe ich. Denke, da hoffst du recht. Die zwei tödlichsten Dinge im Spiel, die fallen und das fallen. Ja, und bei Gothic 2 hast du noch Fälle an. Einfach fellern zu den Drachenlocken. Ich hammer jetzt mal ein bisschen auf dir rum. Hämmern, fellern. Hm. Momente, ich hab da was, ich hab da was in meinem, in meinem Auge gesehen. Aha. Aha. Da guckt mal einer schau. Munition. Und was hab ich hier? Hm. will ich hier überhaupt hin? Du machst, du machst das blendend gerade. Ich dachte, ich bin ein Blender. Ach, komm schon. Na, lad mal nie. Nein, 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 wir müssen diesen Sprung schaffen. Ja, ja, aber vielleicht willst du gar nicht laden. Ja, aber der Schlüssel da unten, den kann ich ja holen, wenn ich's geschafft hab. Ja, okay. Denk doch mal mit. Denk doch mal nach. Ja, guck. Hier. Ich steh ja nicht mal am Schlüsselloch. So. Perfekt. Und jetzt kann ich runter. Das war doch der perfekte. Das war doch das war perfekt aus meiner Sicht. Das wie viele Level von wie viel ist das jetzt eigentlich? Also, nachdem ich gestern mit Zahlen um mich geworfen habe, die alle falsch waren. Was halt mal wieder sehr typisch war. Befindest du dich in Level 12 von 15? Waren's gestern nicht noch 18? Nee, es waren wirklich nie 18. Ich bin geschwankt zwischen, zuerst hab ich 13 behauptet und dann später war's 15 und ich hab gehofft, dass es dir nicht auffällt. Aber 15 ist die korrekte Zahl. Und du bist bei 12. Von 15? Von 15. Ja, easy. Speedrun. Es kommen praktisch nach diesem hier noch drei. Wobei, ich glaub, eins war relativ kurz, oder? Ja, eins ist kurz, das andere ist dafür ein bisschen länger. Also, ich glaub's greift sicher nicht. Oh, guck mal, ein Flipper. So ist das das Pferd. Oh Gott, wo hab ich denn das gebraucht? Soll ich dir sagen, da du ja schon mal dort warst? Äh, das find ich wieder. Ich krieg das hin. Ja, okay. I've got this. Laura stellt sich aber auch manchmal ein bisschen an hier. Bisschen. Aber haben wir schon mal das erste Puzzleteil? Das erste Stück vom Puzzle. sooooh. War das, war das oben auf der, auf der Sphinx, wo ich das einsetzen musste? Oder war das woanders? Oh, Munition? Praktisch? Oh, das ist zu hoch. Was? Lügenspiel. Wie findest du die Remastered denn so bis jetzt? 6 von 10. Wobei, jetzt am aktuellen Start muss ich sagen, 12 von 15. Ich würd schon sagen, ne, 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 ne solide, ne solide 12 von 15. 12 von 15 ist besser als 6 von 10. Ist das so? Ich dachte eigentlich, dass, dass das Ding hier wär. Muss ich da hochspringen? Möglich. Aber war ich da oben schon? Ich hatte irgendwie einen Kopf, dass du da schon warst. Ich glaub nicht, dass ich da oben schon war. Dann ist ja gut, dass ich dir nicht gesagt hab. Ey, warum ist das immer noch zu? Die Antwort darauf, warum es immer noch zu ist, ist sehr in der Nähe. Sehr in der Nähe? Ich sehe was, was du nicht siehst. Das ist ne Tür. Das ist kein Schalter, oder? Es ist schon sehr praktisch. Ne, das ist ne Tür. Aha! Aha! Fun! Der Schuldige. So, der andere Schlüssel ist hier, ne? Das war da, wo ich hier hin wollte. Genau. Kriegen wir hin? Ich meine halt, für sowas, um den Zusammenhang von so einem großen Raum zu verstehen, ist der Fotomodus echt sehr nice irgendwie. Der ist schon, ist schon sehr geil. Man fühlt sich, als würde der große Bruder über die Schulter schauen, wenn man TR spielt. was nicht heißt, dass der große Bruder Adem von TR haben muss. Aber er schaut über die Schulter. Hallo? Das ist auch nicht definiert, über wessen Schulter. Ich liefere hier ja wohl eine Meisterleistung ab. Für meine Verhältnisse. Naja, Lanta, das Ding ist ja, es ist ja ein Singleplayer-Spiel, du kannst dir ja selbst aussuchen, ob du den Fotomodus benutzt oder nicht. Es ist sozusagen ein wählbarer Schwierigkeitsgrad, würde ich es formulieren. Ne, das ist jetzt, das ist Quatsch. Das ist keine Schwierigkeitsgrade. Das ist eine Schwierigkeitsgrade. Tada! Und das ist jetzt die Tür, die ich auf der anderen Seite gesehen habe, ne? Glaube ich. Das ist richtig. Oh, wie komme ich denn da jetzt wieder? Oh, schon wieder so ein Fliegeviech. Was halt auch, ja, ich glaube, es ist wohl ein witziger Funfake oder sowas. Wenn so eine Kamerasequenz ist und man dann den Fotomodus einmacht, startet man dort, wo die Sequenz ist. Sack. Und kann sich insofern ziemlich gut ansehen, wo das gerade ist, wenn man das möchte. Ich dachte, ich schaue mir mal vorbei, weil Marco nicht da ist und zack, wer steht da in der Ecke? Marco. Moment, in welcher Ecke stehe ich? In der schlechten Witze-Ecke. Och, nee. Ist mehr so eine Schwierigkeitsbrezel. Hm. Geht der? Uh, ich muss ihn noch mal sehen, dann kann ich dir sagen, ob der geht. Äh. Äh. Ganz ehrlich, ich glaube es nicht. Ich auch nicht, das sieht zu knapp aus. Also, wenn er überhaupt geht, dann nicht mit festhalten. Nee. Aber das ist schon zu weit. Ja. Der geht leider nicht. Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder runter? Ach, da unten, unter mir ist ein Felsen. So, das ist natürlich die Frage, wie komme ich da hoch, wo ich hoch will, ne? Wo ist diese Tür hin? Nochmal kurz gucken. die war da. Na, naja, siehst du ja jetzt offen. Hä? Moment. Hab's gleich. Da. Ja. Äh, einfach von der, ach so, ja. Okay, einfach auf die Swings hoch. Easy. Easy peasy. Und tap. Und tap. Moment, man kann, hä? was? Ich wusste nicht. Mir ist nie aufgefallen, dass man da einfach so hochklettern kann. Was? Ich lerne gerade etwas völlig Neues über dieses Level. Heißen sie auch unseren, äh, Tomb Raider Experten Marco. Herzlich willkommen. Hallo. Gut, fairerweise weiß ich auch nicht. Mich würde jetzt auch überraschen, wenn du zu dieser Tür kommst, von, von da aus direkt. Der geht. Ja, kein Problem. Und in so, so fern hab ich halt nie einen Grund gehabt, zur Sphinx auf dem Weg wieder hoch zu gehen, aber ich lass dich mal machen. Wäre ja nicht das erste Mal. Ich sag dir, der geht. Ah, tot. Also, was auf jeden Fall nicht gehen wird, ist, dass du dich da festhältst. Das wird immer scheitern. Sagt er jetzt einfach so? Ja, weil die Kante ist zu schräg. Das macht Lara nicht. Da hast du keinen Bock. Oh mein Gott, was du gerade versucht hast, sah tatsächlich nicht so schlecht aus. Das ist doch easy. Was? Also, mein Tomb Raider 1-5-Marathon wird das nächste Mal ein kleines bisschen schneller gehen. Das ist doch easy, Marco. Jetzt hat man doch direkt gesehen, dass der geht. bin so hart verwirrt. Ich kenne doch meine Tomb Raider Spiele. Ich als alter Tomb Raider Hase erkenne das natürlich direkt. So, jetzt suchen wir mal das zweite Anc. Oh, ich habe es gefunden. Das ging schneller als erwartet. Der macht ganz schön Schaden. Und das zweite Anc. Was ist die Mehrzahl von Anc? Angst. Angst, genau. Anker. Anker. Anke ist aber auch gut. Ich habe heute die Anke getroffen. Anke? Wie viele? Akne. Ja, aber jetzt wisst ihr es, von hier kann man super da abkürzend springen und so. Folgt mir für mehr Tipps. So, haben wir vorhin die Uzzis nochmal eingesammelt, um jetzt Munition dafür zu sparen. Ja, die Uzzis brauche ich vielleicht für den Endboss. Oder so. Möglicherweise. Ja, also, nee, eigentlich nicht. Aber ich weiß doch nicht mehr, wie der ihr Boss ging, aber brauche ich bestimmt. Magnums und Uzzis geben sich halt jetzt nicht so viel. Solange du nicht die Pistolen benutzt, machst du etwas, das an sich nicht falsch ist. Die Waffen sind eher Sidegrades. Ja. Schade. Ich dachte, ich kann da irgendwie cool um einen Bogen, weißt du? Ja. Es hätte auf jeden Fall cool ausgesehen. Kenne dieses Gefühl kurz vor dem Knack. Das Gefühl von doch, das geht doch, Knack. Das könnte cool aussehen, Knack. Kenne dieses Gefühl. Pro-TR-Gamer-Pappnase-Zeit-Klein-Marcolon-Bolara-Lang-Läuft. Das ist eine Artilleration? Artilleration. Also, dass jemand die Worte Alliteration und Artillerie miteinander kombiniert. So, ich erinnere mich, das Level mochte ich nicht. Ich weiß aber nicht mehr, ob ich das hier nicht mochte oder in Anniversary. Ich sag mal, du wirst mit diesem Raum hier nicht so viele Probleme gehabt haben. In Anniversary wiederum, was war das eigentlich für eine Phase? Da ist schon mindestens schon mal eine Tür. Ja, ich hab das Wort vielleicht ein bisschen falsch ausgesprochen, aber jeder wusste, was gemeint war. Und das ist doch das Wichtigste. Ja, ich soll vielleicht vorher Luft tanken. Hä? Ach, da ist ein Hebel nebendran. War das auf der anderen Seite auch schon? Das war nicht, nein. Ach, okay. Ich wollte mich gerade schlagen. Ich hab nie drüber nachgedacht, wie diese Strömung zustande kommen soll, aber sie ist anscheinend da. Äh, durch Physik. Ich bin heute so hilfreich, ne? Uah! Okay, ich hab mich festhalten soll. Okay, ich hab mich festhalten soll. Ich denke, der Anlauf ist eher das Problem. Nein, guck, geht. Ja, es war so ganz knapp zu viel Anlauf, aber wenn du natürlich schräger springst, dann springst du länger. Das hört sich jetzt aber nach Ausreden an. Das hört sich nach etwas an, wo man den Experten ausreden lassen sollte, genau. Ähm. Äh, alles so furchtbar. Ich finde das gut. die beiden zusammen ist einfach ein Fiebertraum. Ein guter? Also, das kann man verkürzen auf ihr beide zusammen. Das ist ein Traum. Das ist ein traumhaftes Wies. Würde ich jetzt auch behaupten. Ja, ne? Kann man so sehen, würde ich sagen. Würde ich so zitieren. Ja. Kann man so im Spiegel schreiben. Oder in den Spiegel. ich spiele bestimmt kein New Game Plus. Ich könnte verjessen. Ich sehe, du erahnst, was dich erwarten. Ach so, ich habe es dir auch gesagt. Äh. Oh, du weißt das. Cool. Wer hat dir denn davon erzählt? So, ich will ja eigentlich einfach an den Schalter da ran, ne? Der da ist. War der überhaupt auf der Seite? Also, das Ding ist, der ist eine Ebene drunter praktisch. Ja, aber das ist ja erstmal jetzt egal. Das sah kurios aus. Wofür bin ich jetzt da oben eigentlich rumgeklettert? Also, im Grunde genommen, hast du einen Schalter umgelegt, der Wasser abgelassen hat. Ab diesem Moment musstest du eigentlich nur in den Raum hier und wieder nach unten. Völlig unrealistisch. Schlechtes Gameplay-Design. Schlechtes Gameplay. Keine wechselbaren Schwierigkeitsgrade. Zehn von zehn, würde ich sagen. Sechzig sag ich. Das ist ja viel zu hoch. So ein altbackenes Spiel. Guck mal, jetzt sieht es besser aus. Sechzig von zehn. Was? Fünf von drei Michelin-Männchen. Ich habe schon sehr oft gespeichert. Ich finde es schön, dass der mitzählt. Was stand da für eine Zahl? 219 gerade. Ach, das geht noch. Das ist ein sehr langer Treppenaufgang. Ups. 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 Ich dachte gerade, wie komme ich nicht jetzt durch das Gitter? Oh, scheiße. Was ist hier denn los? Erinnerst du dich noch hier dran, als ich keine Medipacks hatte? Ja. Wie könnte ich das jemals vergessen? Es war so schön. Marco erinnert mich an den Beifahrer, der im 100 Mal sagt, fahr so, ich kenne die Strecke schon seit 30 Jahren. Da ist zwar mittlerweile ein Haus in den Weg gebaut worden, aber das ist mir immer egal. Einfach durch. Oh, hey, you like Lara Croft? Ah, ich wollte es lesen. Nein. Schatten. Nein. Ich war es auch gerade am Lesen. Oh. Wie sad. Oh, scheiße. Das war gerade so erotisch. War das, war das, ist das eine neue Masche, die passiert? Passiert das regelmäßig? Leser halt im Modview. Ich habe den nicht an. Der funktioniert bei mir nicht so richtig. Modview, meinen eigenen Kanal. War das irgendwas mit untenrum? So, wo geht das denn? Ich kenne mich noch nicht aus. Passiert öfter. Ja, habe ich noch noch nie gelesen. Nee, ich sehe es bei mir gar nicht. Ah, jetzt, jetzt kann ich es lesen. Hey, you like Lara Croft? let me be your Lara. We are going to a little fantasy land with different scenarios and wild adventures. Das klingt doch total spannend, Schatten. Ja, Fantasy und different scenarios. Nasa wollte da noch anrufen. erst mal die M schreiben. Das erinnert mich an Markus' Lara Erotik-Hotline. Ich habe eine Lara-Erotik-Hotline, das ist mir neu. Au, das ist vielleicht nicht die beste Idee, die ich hatte. kann der mal aufhören, mir kann der mal aufhören. Ach, komm schon. Oh Gott. Ich brauche hier gerade sehr viele Medipacks, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, nein, also für den Raum ist es angemessen, der Raum ist die Hölle. Aber insgesamt stehst du mit Medipacks noch ganz gut da. Ja, noch. Ich werde jetzt gerade verschwenderisch. Verschwenderisch? Also, du hast die Medipacks aufgespart, so für die Stellen, wo man sie braucht dann. Tada. Oh, guck mal, Medipack. 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 Sie machen mir immer noch Kopfschmerzen, Lady. Ein kleiner Vogel sagt mir, ich soll sie zur Hölle schicken. Wo ist er denn? Hallo? Ach, da. Ich habe den Boss einfach nicht gefunden. Er ist dead. Hat er nichts dabei? Und war das hier in der Anniversary nicht ein Quicktime-Event? Insgesamt war es ein bisschen umgebaut, aber ja, es gab sehr viele Quicktime-Events. Ja, das war die Zeit, wo das gerade populär war. Mhm. Mhm. Das Schöne war ja, dass es, Anniversary hatte ja Bosskämpfe, wo du halt einen richtigen normalen Kampf hattest, der recht lang war. Mhm. Und dann wurde der beendet mit dem Quicktime-Event und wenn du das Quicktime-Event verkackt hast, durftest du den Kampf von vorne anfangen. Ja, das ist doch schön. Oh, geschafft. Das heißt, wir sind in Level 13? Ja. Oh, wir werden erwartet. Okay, ja, das wirkt, das wirkt echt nicht schön hier jetzt gerade mit Gesichtern und so. Also, wenn ich das so sehe, dann sieht das so aus, als wäre das mit einer AI hochgerechnet, ganz ehrlich. Das sieht mit AI hochgerechnet aus. Ich kenne nämlich diese Artefakte in den Gesichtern. Die FMVs sind definitiv nicht das Prachtstück des Spiels. Nee. Und ich glaube, es ist halt auch AI. Ich bin überzeugt. Das finde ich halt in so Grabräuber-Filmen immer so ein bisschen scheiße, dass halt die Grabräuber immer die ganze Arbeit machen und dann die Bösen halt kommen und das Ergebnis klauen. Das ist immer die gleiche Prämisse, die ich so blöd finde. Ja, was willst du tun als Bösewicht? Ja, aber das ist halt dann unsinnig, dass der Archäologe das überhaupt sucht. Irgendwie. Ja, dann sitzen die Bösewichte den ganzen Tag da. Boah, wenn jetzt mal ein Archäologe käme, der uns das öffnet. True. 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 Hey, das ist die Szene aus Fast and Furious 2, wo sie am Ende mit dem Fahrzeug ins Boot krachen. Oh, halt nur Fast. Was zum Geier war das? Was denn? Da drüben. Wahrscheinlich nur ein Fisch. So ein ziemlich großer gelesen soll. Mann, bist du nervös. Ich gehe wieder rein. Was ist denn in den Cutscenes mit den Brüsten von Lara los? Entschuldigung. Sie sehen ja so weird aus. Sie sind da ein bisschen übertrieben möglicherweise, meinst du? Minimal. Es ist komisch, dass sie nicht nach vorne umfällt, einfach. Wo schaust du denn? auf die Armwölbungen, Dark. Auf die Armwölbungen natürlich. Darkstonios, unser Hauptproblem ist ja, dass es schwierig ist, wegzuschauen. Okay. Oh mein Gott, direkt mit einem Unterwasserstart? Scheiße. Direkt mal speichern. Oh mein Gott, ich weiß, welches Level das ist. Das ist auch eins, das ich nicht so mochte, oder? Das war in meiner Tierlist ziemlich weit unten. Ich habe deine Tierlist nicht mehr im Kopf, aber ich kann es mir vorstellen. Wie? Du hast die Tierlist nicht mehr im Kopf. Wie? Du hast gestern keinen Screenshot gemacht, um dich später darüber noch aufzulegen. weil man hier ohne Waffen startet, ne? Ja, das ist richtig. Oh, fuck my life. Ja, das Level mochte ich nicht sonderlich. Aber die Munition behält Lara, das ist schon ein bisschen unrealistisch. Schnell, Lert. Nehmt ihr die Waffen weg, aber entladet sie vorher und gebt ihr die Munition. Aber warum? Macht einfach. Das wird im Gameplay total Sinn ergeben. Es ist fairer so. Wir sind böse, aber so böse auch nicht. Ja, das weißt doch du hier, Marco, von Nupseil. Das kannst du bestimmt beantworten. Tatsächlich kann ich das. Du kannst vorwärts auf eine Kante zulaufen und die Festhalten-Taste gedrückt halten und dann hält sich Lara an dieser Kante fest. Also auch wenn das eine Karte ist, wo du runterfällst normalerweise. Sie hat dafür eine neue Animation. Äh, Stinke-Schnitzel. Vielen Dank für den Follower. So manche Twitch-Namen sind ja schon sehr kreativ. Es gibt Twitch-Namen, wo ich das Problem habe, dass die Leute eigentlich nette Sachen schreiben, aber ich ihren Namen nicht vorlesen möchte. True. Was zu der awkward Situation führt, dass ich jedes Mal vermeide, den Namen zu sagen. Und dann auch immer so rummanövriere. Ja, du, danke schön. Danke dir, dir, du. Ach komm, Lara, da kannst du jetzt nicht drüber springen. Really? 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 Da drüben ist noch irgendwas, aber da komm ich nicht hoch, ne? Konnte ich das Boot irgendwie verschieben? Weil so sieht das Boot mehr wie eine Plattform aus. Ja, das ist auch eine der, also du kannst da nicht direkt mit interagieren. Lara, please. Kann ich das Seil irgendwie wegmachen? Ähm. Okay. Wenn ein, wenn ein Spieler eine vernünftige Frage stellt, ich an die Lösung denke und lachen muss. Also nicht, weil die Frage bescheuert ist, sondern eher die Lösung. Ja, wie gesagt, ich mag, ich mag das Level hier einfach nicht, weil, weil da, da kam nur Quatsch, glaube ich. Ach, so weit würde ich nicht gehen, aber es gibt Quatsch. Ich glaube, ich bin beim letzten Mal auch schon ewig rumgeirrt. Ja, gleichzeitig war es auch die Stelle, wo du beim letzten Mal meintest, ich backseatte zu viel. Das habe ich mich mit Hilfe dieses Mal Das habe ich, das habe ich noch nie behauptet. Das hört sich nicht nach mir an. Das hört sich nicht nach mir an. Nee, 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 nee. Quatsch. Aha. Oh, geiler Jump, ey. Das war, ein Großmeister hätte es nicht besser gemacht. Das ist so ein Speedrun-Strat, sage ich dir. Wenn wir im Speedrun jemals dort wären, wäre das denn nützlich. Jetzt kommst du aber mit Details. Hast du eigentlich mitbekommen, dass der Gothic 2 Speedrun mittlerweile unter 8 Minuten ist? Was habt ihr gemacht? Ich gar nix. Ich habe nichts gemacht. Das ist furchtbar, das Ding mittlerweile. Irgendwas, Speichermanipulation, oder... Nee. Oder... Du fliegst mit einem Hund rum. Mit einem Hund? Klar. Es gibt einen Hund in Gothic 2? Ja, du verwandelst dich in einen Wolf und dann fliegst du halt rum. Hunde können fliegen. Das weiß man doch. Fliegende Hunde. Flughund. Kennst du doch den Begriff. Das ist wenigstens eine schöne Art, aber ein Spiel zu breaken irgendwie. Ja, man fliegt jetzt als Hund. Dein Hund... Warte, warte, warte. Milizmitglieder und Feuermagier können nicht fliegen. Dein Wolf aber weder Milizmitglied noch Feuermagier ist. Hund ist kein Wolf, Mr. Neid. Wolle, zuwölfe, drogen ich nicht. Nein, der Kommissar hat schon ein Buch. Und noch eins braucht er nicht. Acht Mark für eine Ganztagskarte. Niemand. Kommissar Leber. Leber, ist er hier? Es ist so dumm, dieses Spiel. Aber es ist großartig. Aber es ist dumm, aber es ist großartig. Es ist großartig dumm. Und dann diese random ja, ähm, jetzt vier Stunden lange Museumstour. Viel Spaß. Oh, die war so... Das Spiel wäre so gut ohne die. Leider. Will ich da durch? Weiß ich nicht. Wenn du da... Ja, du wolltest gerade sagen, wenn da du ja... Wenn du da durch willst... Du hast mich zwar da du ja genannt, aber das ist, äh, okay. Ja, deinen Nutzernamen kann ich ja nicht vorlesen. Das kannst du ja nicht sagen. Äh. Wenn du da durch wolltest, solltest du vorher speichern. Das war, was ich sagen wollte. Ja, ihr kennt alle Foxhunt nicht, Leute. Ihr kennt alle Foxhunt nicht. GG zu diesem Bug. Ja, da muss ich das Förderband anhauen, damit ich da rankomme. Weil Lara ja da nicht hingreifen kann. Lara kann in Tomb Raider 1 noch nicht kriechen. Sie ist erst 28. Tja. Denk doch mal... Denk doch mal nach. Nicht einmal 30. Ey, wir haben Foxhunt durchgespielt. Einmal reicht. Also, kennst du Foxhunt? Du, du, du hattest mir von dem Spiel berichtet. Ja, das musst du mal im Stream spielen. Das ist großartig. Das ist Gabriel Knight nur schlimmer. Und mit schlimmer meinst du besser, gewisserweise. Diese komische Art von besser. Es ist, ja, es ist halt furchtbar. Es ist halt, also... Es ist halt furchtbar. Und wir haben es komplett durchgespielt. Und ich weiß bis heute nicht, wie wir das geschafft haben. Die wichtige Frage ist jetzt, wie sehr magst du zeitgesteuerte Passagen? Ja, ich hab's gerade gemerkt, dass dieser Fels hier... Der kam ein bisschen... Getimed. Sag ich mal. Ich will erst mal gucken, was das Spiel von mir will. Und dann lad ich. Jo, jo. Erst mal eine Route. Freie ist, wo will ich hin? Hier gibt's so viele Möglichkeiten und Gänge. Aber ich vermute, ich will einfach da hinten hin, was der Felsen jetzt verschlossen hat. Das klingt sinnvoll. Das ist eine sehr gute Vermutung. Ich bin halt auch der Schlaue in meiner Familie. Kann man das re... Aber wie... Wenn man es verkackt hat, wie resetet man das dann? Es resetet sich tatsächlich einfach automatisch das nächste Mal, wenn du den Raum betrittst. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Wenn du eine sinnvollere Erklärung willst, dann lade einfach. Okay, das schaffen wir aber. Das ist easy. Okay, ich muss früher springen. Früher springen. Ah, das Felsengeräusch ist aber auch richtig schön. So ein 10 von 10 Geräusch. Klang für mich jetzt eher nach 6 von 10, aber gut. Ich hoffe, dass es jetzt nicht Timing basiert hier. Nee, nee. Krass, wie ich ausgewichen bin. Bam, bam, bam. Okay, hier gibt es sonst nichts. Abwärts. Jetzt bin ich wieder hier. Meine Felsensammlung macht auch immer dieses Geräusch, wenn ich sie den Berg runter schubse. Das ist ganz normal. 3,5 Röntgen. Nicht gut, nicht schlecht. Ganz normal. So, jetzt habe ich natürlich die erste Sicherung. Bringt die mir schon irgendwas? Und wo sind die restlichen Sicherungen? Was sagt ihr denn da in Elektronikverständnis? Kommt drauf an, ob es eine Parallel- oder Reihenschaltung ist. Stellen wir uns mal vor, es wäre eine Reihenschaltung. Nee, so wie in die Reihe, also, nee. Das ergibt ja gar keinen Sinn jetzt. Aber das, was es macht, ergibt halt auch keinen Sinn. Gute Nacht, Tag. Also doch, dass das Haus jetzt ein kleines bisschen nach unten fällt. Das habe ich auch immer, wenn ich die Sicherung anmache bei uns. I don't believe you. So, wo war denn jetzt das andere Raum mit dem Förderband? Den muss ich jetzt gerade nochmal finden. Sekunde. War der nicht hier links? Nämlich das Gefühl, dass ich da irgendwas übersehen habe. But I'm not sure what. Geht die Tür da vielleicht auch wieder automatisch auf, wenn man drauf zuläuft? Schade. Was wäre? Wie fändest du es, wenn die Tür aufgeht, durch einen Hebel, der in etwa am anderen Ende der Anlage ist? Nee, das ist das. Das wäre ja Quatsch. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich einen Hebel übersehen habe. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen lost, wo ich noch nicht lang bin. Mal gucken. Ich habe ja immer noch dieses blöde Boot, ne? Genau. Das ist immer noch ein offenes Kapitel. Und dann war da so ein Gang, der von so einer Maschine versperrt war. Ryan Schalter. Autsch. So wollte ich da eigentlich nicht runter. Ja, aber wie war das mit dem Boot? Ich mag die Kollision des Bootes übrigens nicht. Das ist sehr gut verständlich. Am Boot zeigt sich dann auch ein kleines Problem daran, dass sie ja das Gameplay identisch halten wollten in beiden Grafikmodi. Hm. Das ist trotzdem weird. Hm. Ich habe einen Plan. T. 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 Der geht. T. Hm. Der wird doch, der geht doch. Was? Geht der? Sekunde mal. Findest du eigentlich viele Strats in Gothic? Ich meine nur, du hast halt dieses komische Oge dafür. Ich weiß nicht, wie dieses Level funktioniert, aber da funktioniert es nicht. Das sehe ich. So, guck doch, ganz einfach. Ja, GG, du brauchst das Boot jetzt im Prinzip nicht mehr. Okay, was war das Rätsel für das Boot gewesen? Äh, das ist eine Tür, bei der du auch eigentlich schon mal warst, aber frag mich doch sowas jetzt nicht. So, wie sieht denn das hier aus? Ah, das ist, ich finde sogar, du siehst es im Remake besser. Finde ich. Ach so, ja, ja, ist jetzt, also. Ich weiß immer nicht, ob ich das dann besser oder schlechter finden soll, wenn die schiebbare Kiste besser sichtbar ist. Ja, ich finde es besser, weil letztes Mal habe ich die nicht gefunden auf Anhieb, glaube ich. An sich schon, ne? Ich finde es so besser, weil es ist halt echt ein bisschen schwer zu sehen, wenn der komplette Raum sich einfach voll leuchtet. Ich meine, das, das Ding ist ja auch, an jede Kiste zu gehen und zu gucken, ob man sie schieben kann. Das wäre altbackenes Gameplay. Schön, dass dieses Remaster das entfernt. Dadurch, dass es die Level besser lesbar macht. Dieses Remaster ist quasi der Dark Mode. Es fühlt sich in Tomb Raider 1 manchmal wirklich an. Es ist quasi halt das Dark Souls der Tomb Raider Spiele. Wer versteckt denn hier einen Schalter überhaupt? Und warum macht der diese Maschine an? Das ist eine gute Frage. Und wann kommt die Mod, die diese Maschine durch Thomas die Dokumentiva setzt? Es bleibt spannend. Ah, seht ihr? Ich hab's gesagt, der geht. Hast du gut gesagt, ich war die bereit. Das muss ich nur wieder diesen Raum finden. Äh, wo war der noch mal? Da hinten? Stimmt. Drücken oder ziehen? Drücken. Es ist schon vernünftiger, einfach zu fragen. Ja, ich wollte uns da was ersparen. Nee, das ist schon gut. Warum die Kiste da magisch heller wird, das weiß ich nicht. Vielleicht heißt die Kiste Helga. Gott, da ist ja noch mal ein Riesen. Gab's hier nicht jetzt ein Oswald? Ja, das Ding ist, wenn du weiter in den Raum läufst, dann wirst du angegriffen. Aber will ich überhaupt weiter reinlaufen? Da du keine Pistolen hast, würde ich das jetzt noch nicht wollen. Sondern einfach mit der Sicherung erstmal zurücklaufen. Ich hab mich erinnert, Marco. Ich hab mich erinnert. Ich hab mich erinnert. Ja, ich bin stolz. Aber jetzt fehlt mir ja trotzdem immer noch die Sicherung für das andere Ding. Guck dir die Kiste mal ganz genau an. Da so den Bereich. Ach, das war, das war, wo ich noch hoch konnte, ne? Genau. Ah ja, das war so dumm. Ich war am letzten Mal auch ewig gesucht. Daran hab ich mich noch erinnert. Aber es ist auch echt versteckt. Ja, vor allem der Schalter für die Maschine da unten. Ich liebe das übrigens, dass wenn man Tomb Raider streamt, also dieses Remaster streamt, und als Streamer mit einem Greenscreen unten rechts sitzt, es immer, wenn Lara was aufhebt, so aussieht, als würde das in die eigene Tasche wandern. Okay. Das war hinterm Wasser fallen, ne? Ich glaube. Das war alles in meine Tasche. Oh, und die Munition, die brauche ich. Er beutet Lara aus. Klar. Gute Nacht, Mrs. Bra. Gute Nacht. So, ähm, jetzt, ich find die Kamera immer so geil. Siehst du diesen Container da? Diesen Container da? Siehste, kennste, kennste? Jetzt versuch's doch den mal runterzubringen. Achtung, Achtung, ein Hinweis, ein Hinweis. Wobei ich jetzt, wann, wann wurden Lara eigentlich die Waffen genommen? Äh, das war in der FMV. Aber an welcher Stelle? Da hast du gerade über KI-Upscaling geredet. Ja, aber wurde da, hä? An welcher Stelle denn? Genau. Äh, relativ zu Anfang tatsächlich. Sie haben sie direkt sozusagen gefangen genommen und ihr die Waffen genommen. Das will ich dir einfach mal glauben. Warum sollte ich lügen? Ich weiß nicht. Vielleicht alles ein größerer Masterplan? All diese kleinen, fehlerhaften Behauptungen, die dazu führen, dass Lord Pappenhaas in dem Spiel 70 gibt von 100. So, dann holen wir mal das Containerhaus hier runter. Die Sicherung sieht aus wie mein Volk. Alter, warum stimmt das? Ein bisschen. Warum? Wobei ich mich auch frage, warum deponieren die die Waffen von Lerat da drin? Ich tu die Waffen mal in das Haus. Da kommen sie nicht ran. Ja, aber die Tür ist doch offen. Ach, scheiße, wir heben das Haus so hoch. Was ist das eigentlich für eine Idee? Also, das ist halt, das ist halt Blödsinn. Habe ich jetzt eigentlich nur die Pistole oder alle Waffen wieder bekommen? Erstmal nur die Pistole. Du kannst in dem Level alle Waffen bekommen. Oh. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück, ne? Jetzt muss ich wieder die eine Kiste hoch. Ne, Quatsch. Hinter die Kiste. Ja, ja. Ich war noch am überlegen, warum will der eine Kiste hoch? Verdammt, äh. Ah. Elektriger beneiden einen mit dem, um den Trick mit Red Bull. Ihr seid aber auch wieder albern, Chat heute. Ihr seid wieder so albern. Nehme Red Bull-Doser- Einsicherung, das geht auch. So. Jetzt wird gefightet. Achso, ich soll die Waffen ausrüsten, ne? So machst du mehr Schaden, ja. Ist nichts Persönliches. Ja, daran habe ich mich nicht erinnert. Ist das eigentlich Indiana Jones? Der offizielle Name dieses Ganoven ist Cowboy. Ah. Definitely not Indiana Jones. Ey, warte mal, der läuft weg. Das hat er bei mir auch gemacht. Der hat bestimmt die Magnums oder so. Tada. Passend wie. Sehr gut. Äh, vielleicht noch ein Medipack nehmen. wie lange die da Wunderer gesessen haben, aus deinen Magnums diese 1050 Schuss zu nehmen, um sie dir zu geben. Nun. So, wo will ich denn jetzt als nächstes hin? An den Schalter vermutlich. geht der? Ja. Du musst einiges Scherz gefunden haben. Allerdings finde ich den auch sehr schwierig. Ist der mit Festhalten oder einfach Hochspringen? Du musst auf jeden Fall festhalten und gucken, dass du möglichst gerade an der Stelle landest. Ja, mit Hochspringen geht er nicht. Ist aber auch nicht der geplante Weg, ne? Aber das ist dir bewusst. Ja, das ist mir doch egal. Das spornt mich ja gerade zuerst an. Ups, ich muss halt zugeben, mir macht es auch großen Spaß zu gucken, welche Wege sonst noch so möglich sind. und in manchen Fällen macht man das Spiel damit ja nicht mal kaputt. In manchen Fällen ist das ja sogar Absicht. Hier eher nicht. Der ist aber nicht so leicht, ne? Ne, ne, der ist schwer. Also mein... Ich glaube, ich muss schräger springen und dann in der Luft nach links korrigieren. In den Marathons, die ich mache, lasse ich ihn einfach raus, weil es oft schneller ist, den Umweg zu gehen. Ja, aber so wäre ja langweilig. Der Umweg dauert Minuten. Ah, das sah fast gut aus, ne? Also es war schon mal dran, das stimmt. Ah, da könnte sich Lara aber auch mit einer Hand mal festhalten. Bist du mal ein bisschen zu weit links? Ich glaube, von der Ausrichtung würde es gehen. Irgendwie. Es ist sehr schwer. Ja, das war nix. Ich muss schon, ich muss schon, es ist sehr schwer. GG. Da ist er doch. Man muss nur wollen. Du hast nun etwa... Oh, lass mich nicht lügen, fünf Minuten dieses Levels übersprungen. Sehr gut. So, was hat dieser Schalter jetzt eigentlich gemacht? dieser Schalter hat TNT-Blöcke explodieren lassen natürlich hat er das ich soll wahrscheinlich, komm wahrscheinlich von da drin, ne, lauf dann hier hoch komm dann hier oben an und dann denkt sich das Spiel spring hier hin zurück ne, das Spiel denkt sich, du läufst zurück zu den TNT-Blöcken ok, die ich noch nicht gesehen hab die du natürlich noch nicht gesehen hast, das war deine Entscheidung also das Level-Design ist ja schon schlecht lesbar, Marco wie soll ich jetzt auf TNT-Blöcke kommen das ist ja Quatsch erstmal so einen TNT-Blöcke hinter sich schieben, um sich irgendwo hinschleudern zu lassen ähm sind das Schrägen, von denen ich abrutsche? ähm die links und rechts, von denen rutschst du nicht ab die sind weniger schräg ja, ja, ich wollte nämlich schon fragen weil das war was, wo ich mich damals ultra drüber aufgeregt hab, dass man das nicht erkennt weil hier war ich kurz stuck ja ähm ich glaub damit man abrutscht muss es halt genau 45 Grad sein und aber das ist halt manchmal nicht so leicht einzuschätzen ja ich geh davon aus, dass ich hier runter muss waren hier irgendwo TNT-Blöcke? oh ich glaub hier waren die irgendwo, ne? g-genau den hättest du jetzt praktisch eigentlich auch noch an eine andere Stelle schieben müssen aber das musst du nicht mehr das was du sprengen wolltest ist bereits gesprengt das ist wo du hergekommen wärst auf dem legitimen Weg ja hier sah es ziemlich nach Lava aus gerade deswegen hab ich auch erstmal nach unten geguckt weil hier dachte ich hier ist wahrscheinlich gesprengt weil hier so felsig aussieht ja du wirst nie wissen wie es ganz aussah schade gute Nacht platte queen oh war hier nicht der Skateboard-Typi? möglich das ist halt immer noch so random das ist so willst du bei dem auch mal vorher und nachher vergleichen? das ist so random ey Tony Hawk einfach das waren die 90er jeder musste auf nem Skateboard stehen ah der die Uzi sehr schön wenn jemand nicht auf nem Skateboard gefahren ist haben die Leute auf den gezeigt und gesagt der geht ähm blox so wo muss ich denn jetzt hin? scheiße ey ey Lara bleibt so nicht so schnell stehen wie man denkt es macht an dieser Stelle echt Spaß zuzugucken aha es macht üblicherweise keinen Spaß sie zu spielen ich vergesse nämlich auch immer wo die genau herkommen und mit welchem Timing wie ist eigentlich Nattel hier durchgekommen? ähm hä wie kommen all diese Leute überhaupt an die Stellen an denen sie stehen? richtig du musstest die Maschine aus dem Weg fahren um zu dem Cowboy Typen zu kommen du musstest ein Loch in die Wand sprengen um zu nem Skater zu kommen hat der sich da eingemauert? wollte der jetzt fasten oder was genau hatte der vor? hier geht's ganz schön nach oben sag mal der Fahrstuhl ist noch nicht fertig ach so ähm wieso sieht dieser Block so verdächtig aus? weiß ich nicht äh eher schieben ne? ja ich hab's grad gemerkt beim zurückziehen der Skater war da seit Jahrtausenden eingeschlossen er war der erste Skater die erste Skater war das ja so ein Team das das Spiel entwickelt hat und einer ging zu kam da eines Tages und meinte ein Boss auf nem Skateboard das klingt halt so dämlich und alle haben gesagt ja 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 jetzt wo du sagst das ergibt völlig Sinn warum sind wir da noch nicht drauf gekommen? ist das jetzt eigentlich dieses lange Level? ne ne das das geht echt nicht mehr lang das danach ist glaube ich das lange scheiße bin mir grad unsicher was ich hier treibe das das ist ja undurchsichtig aber du machst es instinktiv irgendwie richtig mein ich ja ja aber alle vier ich weiß dass es nen Punkt gibt wo so eine Kiste unerwartet man sie dann doch schieben kann und ich glaube das könnte die hinter dir sein sicher bin ich mir grad nicht aber warum soll ich die schieben? achso damit ich da weiterkomme ne ja das Ding ist ich meine dass man die vorher nicht schieben konnte und jetzt kann man es genau weil ich auf der anderen Seite den den Block weg weggemacht habe ja das hat mich immer keine Ahnung bei dem Rätsel bin ich jedes Mal raus so wo war denn jetzt aber diese Tür? ähm ich will übrigens nach allem was wir herausgefunden haben über die moderne Steuerung und nach allem was ich darüber weiß ich war aus Angst davor mich übergeben zu müssen gar nicht nicht sehen wie jemand das mit moderner Steuerung macht ich glaube schon Lara in dieser doch sehr engen Gänge ja das also hier drin ist es schlimm aber wo war denn jetzt diese Tür? ist das zeitbasiert? äh ne da zeitbasiert ist da nichts hä? bin ich grad blind? doch oder hab ich nicht auszusehen wieder zweimal betätigt? das muss es sein das kann natürlich sein eigentlich nicht äh doch ich hab da hochgemisst ah dumm diese Gänge sind halt auch ein bisschen dadurch dass die gar keine Markierung haben sind die echt unübersichtlich ja man muss sagen hier hätte das Remaster ja die Möglichkeit gehabt durch rein visuelle Anpassungen einen Abschnitt ein bisschen besser zu machen das haben sie leider nicht gemacht so weiß und rot und grün einfach einfach einfärben die die beiden Tower nenne ich sie mal ja irgendwie sowas das war verdächtig ach Gott das ist der Raum ähm jetzt muss ich glaube ich zurück ne jetzt ging die andere Tür auf genau ja weil sich die schließt sobald man näher kommt voll unfair genau woher weiß die Tür das eigentlich die Augen oder wat äh ich bin in den falschen Gang genau ich glaube weitere Kissen schieben musst du vielleicht musst du das aber du musst auf jeden Fall nicht mehr die Höhe wechseln ne zu der anderen Tür kam ich ja hier unten das weiß ich noch da da ist die Tür einmal speichern bitte was wieso denn der Schaden von ihm könnte einen gut überraschen easy guck mal gar kein Problem too easy äh die Rotflinne sieht ein bisschen schwarz aus ich kann mich nicht dran erinnern dass das im Original so aussah ne okay das Level ist aber schon schon extrem lang finde ich ist ein langes Level ich glaube das denkst du weil du es halt nicht magst wir sind auch schon lang drin wir sind schon lang drin wo hatte ich das Moment wo hatte ich das in meiner Tomb Raider Tierlist das finden wir kurz raus Moment investigativ so wo waren das so da muss ich das mal kurz ist das hier das müsste es sein ja von der Höhlenarchitektur sieht das so aus ich glaube schon man erkennt es ein bisschen schlecht hast du dem ne ne das C ist das falsche das C ist das nächste es muss es muss auch ein anderes sein das so ähnlich aussieht könnte auch das hier sein da kämpft man das ist das danach also was es kann doch nicht sein das was kein weiteres so gräuliches es ist auf jeden Fall nicht in S und es ist auch nicht in A das ist richtig ja von daher es ist auch definitiv nicht in B deswegen kann es kein gutes Level sein investigativ rausgefunden wir haben nicht rausfinden können welche Note es genau hat okay dafür brauche ich wieder irgendeinen Schlüssel oder Kram aber ich habe schon gesehen ich kann da oben ja in diese Lücken reinspringen oh geht der wenn du die Frage stellst soll ich dann antworten ich glaube der geht chat hab ich was falsches gesagt du hast schon was falsches gesagt oh der geht oder also ich bin nicht allwissend ich wette hier dass er nicht geht lass mich aber sehr gern vom Gegenteil überzeugen ja ist ein bisschen schwer hier einzuschätzen ab wann man springen sollte da passt der Winkel noch nicht so ganz oh das ist verdammt knapp ne das denke ich auch aber ich denke halt dass es knapp nicht geht ich glaube es geht wirklich ganz knapp nicht das ist ja scheiße das ist ja langweilig was warum kann Lara da auch nicht seitlich also ne also das ist ja unlogisch so einmal probiere ich noch vielleicht vielleicht pixel perfekt oder so ein Kram das sah grad weird aus dann geh mal den normalen Weg wie langweilig diese Passage finde ich hier übrigens irgendwie angenehmer als den Anniversary ich weiß nicht woran es liegt nun ich hatte kurz Angst oh ein Schalter der Schalten tut was tut der denn Schalt ja weiß man nicht ja gut es ist in diesem Raum ja aber das weiß man ja gar nicht ja gut aber die hätten ja gezeigt was der schaltet wenn der nicht in diesem Raum das geschaltet hätte das behauptest du das machen aber die anderen Tomb Raider Spiele ja auch nicht Raum ist dehnbar Flizzy Dankeschön für neun Monate Dankeschön wir müssen uns ranhalten das ist fast schon wir haben nur noch eine Stunde bis bis Mitternacht Geisterstunde ja 38 war glaube ich bisher das längste Level hm ich weiß ich glaube mit keinem habe ich länger gebraucht das Ding ist wenn ich mich nicht irre die Level die kommen es wird jetzt linearer oh das ist sehr dunkel hi Juju kommen wir jetzt nicht in diese komisches Abnormitäten Level was was nein ich weiß nicht was du mein alles hier wird überhaupt völlig normal und überhaupt nicht eklig aussehen oh die haben einen Shader drüber original auch schon so ne gar nicht ne haha aber ich find den cool ja ich find's dann auch so cool wie Tomb Raider 1 einfach im letzten Akt einfach zu so nem Horror Slasher Game wird haha schon irgendwie ne vorher war alles so Abenteuer erleben Natur Natur benutze ich gerade Pistolen? ne doch ich fürchte ja fuck my life nehm wir mal die Uzi's die haben wir noch gar nicht gesehen in dem Playthrough hab ich tausend Schuss für die Uzi? du hast tausend Schuss für die Uzi und ich kann auch direkt sagen wenn du jetzt jeden Gegner mit der Uzi tötest wird dir trotzdem die ganze Munition ersetzt also eigentlich wird's schon so ein Shooter mehr gegen Ende nice ballern Junge wird linearer man ballert primär tja aber ich weiß schon nicht wo ich hin muss vielleicht bräuch ich die alte Grafik wie findest du Türen die sich automatisch öffnen wenn man nah ran geht ach nee nicht schon wieder so ein Scheiß ich dachte mal ich erspare uns das jetzt ja funktioniert nicht Marco die andere das ist übrigens so eine komische Designentscheidung warum macht man sie dann nicht direkt auf also warum lässt man sie nicht einfach offen das ist halt echt weird Gothic wäre so viel besser guck mal die Wände sehen lecker aus das hier sind übrigens so Level da bin ich mir visuell echt unentschlossen bei manchen Ecken finde ich nicht so schön aber das kann auch einfach nur an dem liegen was es darstellen soll Blut Gedärme Blut Gedärme Organe also die Böden zum Beispiel da unten die schlagen ja richtig und ich find irgendwie das sieht voll weird aus aber es ist schon die originale Vision irgendwie ach da ist ein Schalter stimmt wieso lasse ich meine Wohnungstür nicht direkt auf ja aber deine Wohnungstür öffnet sich ja nicht automatisch wenn man ran geht tch nicht hoffe ich so was hat denn dieser Schalter jetzt gemacht ich hoffe der hat irgendwas geöffnet das schon aber nicht das was ich dachte was er geöffnet hat oben gab es auch noch eine Tür vielleicht oben eine Tür das Level 14 ne genau Level 14 von 15 also das vorletzte vom reinen Umfang her äh ziemlich viel aber halt auch echt linear oder hab ich den Schalter wieder zweimal betätigt ach da ist noch ein Schalter der ist unten ne ja so was hab ich dadurch jetzt gewonnen einen goldenen Blumentopf ach jetzt ist hier offen schau mal einer guck und dann ist hier ein weiterer Hebel so viele Hebel manchmal hab ich von der Optik und den Gameplay Entscheidungen hier so das Gefühl das war die Entwickler saßen und dann dachten sich boah wisst ihr noch Doom kennt der Doom irgendwie war das cool das ist ein ziemlich heißer Raum schon der hat komische Dinge gemacht wie sah denn der im Original aus der Raum ach ja hübsch hässlich äh was was tu du mit der okay Kameramann irgendwas ist hier kaputt jetzt so spontane Credit Warp das wäre funny muss ich da runter es sieht so ich muss da runter aus aha ein Schnebel ja die Rätsel werden hier auch plötzlich ziemlich einfach schon so lauf in diesen optionalen Gang wo ein Hebel ist um den Hauptweg weiter zu machen okay nein ich wusste dass ich gespeichert hab war ne gute Idee Moment wir sind in Atlantis das ist Atlantis ja aber warum ist es hier so wenig Wasser hat man hat man wieder Neptun mit Hades verwechselt weil Atlantis so weit entwickelte Zivilisation war dass ihr keine andere das Wasser reichen konnte weiß ich jetzt noch ach ne nochmal muss das das muss ne mhm das muss aber vielleicht erstmal unten umschauen im Wasser nein Quatsch Glitterwolf vielen Dank für den Follower herzlich willkommen dankeschön ah ja das wollte ich nämlich testen Moment was man kann das ist so naheliegend wieso bin ich da nie drauf gekommen ja ich wär jetzt halt hier rüber gesprungen so ne ja ja dadurch überspringt man diese ersten diese ersten Platten ja oh Gott saved easy peasy ich sag noch ich werd Tomb Raider Speedrunner ich seh's also auch wenn also dein Haupttalent würde es sein die Wege du musst dir die Route gar nicht angucken du findest sie selbst true hier kann ich doch einfach hochspinnen oder ja also das ist nicht ganz hab's gleich ich mach's mir grad schwieriger als es wahrscheinlich ist auf jeden Fall das wird mir gar nichts bringen oder das kommt erschwerend hinzu ja die Tür hat sich wohl geschlossen ah easy ich hab's doch geschafft es ging aber die Tür ist wieder zu ach das ist Timing basiert really ja ja das ist das unangenehme diese diese Abkürzung die du aber eben gefunden hast wird enorm das vereinfachen so hier speichern und dann wird's wird's abgehen pass auf weiß nach wie vor nicht warum du dich nicht einfach hochziehst so ist doch viel cooler nein 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 ich hab's es geht noch geht noch er geht noch meinst du pass auf ah oh wow siehste der war cool oh der war cool it's cool man man muss es nur wollen oh geht der wie du magst wie du meinst ja das war die die Tür von hinten die ich ein bisschen nach vorne gedrückt hat guck der ging oh god wo ist denn das jetzt ach da das ist ja schon fast so einfach wieder und will ich da überhaupt hin also wenn du einen schwierigen sprung willst hinter dir ist einer das wäre ein cooler der geht Moment oh god can do it und da geht's auch weiter da geht es auch weiter wenn du das schaffst wahrscheinlich von hier ne ist aber schwierig ich warne dich vor ja schwierig schmierig alle Risiken in ein Informationsblatt aller Risiken wird im Streamer vorgelegt schwierig sagt er ohne festhalten genau genau zum festhalten bist du zu schräg also ohne schwierig sagt er was ja gg oh das sieht aber auch deutlich anders aus das ist halt mein punkt ich bin mir bei dem Level unsicher ich glaube es sollte das in etwa darstellen aber dadurch wird es dann schon so realistisch dass ich es ein bisschen eklig finde einfach ja aber der Sprung war doch jetzt gut ja ich bin du bist Motorradjump begeistert na ne das so schwer wie der Motorradjump war es wirklich ach der Motorradjump war doch das einfachste der Welt doch du wie viel Zeit habe ich jetzt gespart mit diesem Sprung obwohl du ihn jetzt mehrmals probieren musstest würde ich sagen naja dreimal also ich sage über ne Minute auf jeden Fall das war jetzt ja nicht viel ist jetzt nicht so als hättest du das halbe Level übersprungen du hast letztendlich ein Zurücklauf ja das ist schon ne Menge ja war ne gute Minute Hallo Fube Hi Fube na sie auch hier wo geh ich eigentlich grad hin ich hab so gar kein Gefühl mehr für das Level Design ich keine Ahnung wo ich bin letzten Endes ist es halt jetzt einfach ein lineares folgen des einen Pfades sozusagen muss aber wahrscheinlich da die Tore aufmachen ne schon mhm open up FBI open up bei hier ist es ja so das sollte sollte ja eine Wirbelsäule darstellen ne ja das ist halt eher das was ich beim Chinesen als Nachtisch bekomme weiß ich nicht da das das ist halt das Ding manche ich hier bin ich mir dann mit der Optik nicht mehr ganz so sicher ob ich das so cool finde ich habe mich als Anniversary damals rauskam und sie das Design von Atlantis ja echt sehr grundlegend geändert haben dieses ganze Fleisch Gedärme Zeug spielte ja gar keine Rolle mehr war das nicht du weißt es ist auch schon wieder so ewig her das war eher so technisch und grau und kann ich mich nicht ich habe auch wieder alles vergessen die Tombäder Spiele die brennen sich einfach nicht in mein Hirn ein furchtbar ja aber auf jeden Fall damals habe ich mich so gefragt fand ich das doof dass sie das Design geändert haben aber jetzt im Remaster nochmal das Original Design in hübscher sehen verstehe ich ein bisschen warum wahrscheinlich haben sie da auch Texturen designt die erst wie eine Fleischtheke aussahen und dachten sich dann so ah muss das ah Brudi muss das Brudi Hi Tion Hallö hey ich habe gelesen das ist nicht abwechslungsreich nun also ja klar das sieht genauso aus wie die peruanischen Höhlen am Anfang okay das war ein schweres Türenrätsel muss man sagen war das Timing basiert also mein Problem ist ich springe immer einfach an dem Stein vorbass aber bestimmt muss man den Stein blockieren das ist bestimmt die Lösung ach so was dieser Stein wo man wo man vorbeispringen kann ja ähm aber mit mit festhalten praktisch ist das dämlich das Rätsel habe ich jetzt aber doch auch instinktiv verstanden und man schiebt halt den Block in den Weg sogar die die gesagt dass es nicht abwechslungsreich ist ne ja das war gesunkenes Schiff ist Tomb Raider 2 ne oder ja ja das ist furchtbar das ist furchtbar das Level wenn du nicht weißt wo du hin sollst ich kann mir aber gut vorstellen also wenn man es zum ersten Mal spielt und dann auch noch mit der neuen Steuerung durch das gesunkene Schiff das jetzt eher enge Gänge hat das ist echt schon eine scheiß Kombi also die neue Steuerung ist halt kacke mit engen Gängen würde ich auch von abraten äh Baumbart vielen Dank für den Follow herzlich willkommen dankeschön wo schießt Lara gerade hin ach auf den Vogel so und instinktiv richtig gesprungen warum kriege ich gerade so viel Munition und Medipacks also es ist gut dass du sie bekommst letzten Endes reicht das Zeug das du hier bekommst um gegen Armeen von Gegnern zu kämpfen ohne Munition zu verlieren nennenswert weil du besorgt sein solltest ja das Gefühl habe ich gerade ich meine du hattest 1000 Uzi als du das betreten hast das Level jetzt hast du 1700 obwohl du nur die Uzi benutzt hast ich befürchte da komme ich nicht hoch so nicht wie er sagt so nicht es gibt halt so einen Weg aha ja es ist der geplante Weg da hoch zu kommen ach geplante Weg den Himmel war aus das habe ich schon gehört Big Daddy King ja das habe ich schon gehört okay vielleicht geht's vielleicht muss ich doch den normalen Weg nehmen der normale Weg ist halt wirklich kurz ja jetzt aber hier Details wo ist der normale Weg überhaupt da rüber bestimmt nein oh verdrückt hallo Akai Shuichi ich bin mir recht sicher dass das niemand gezählt hat gestorben sind wir gar nicht ja das stimmt also es gab nichts zu zählen einfach es ist ein No-Death-Run aktuell weil ich ja wenn ich gestorben bin immer geladen habe dann zählt es ja nicht als tot also wenn du gestorben wärst wärst du ja jetzt nicht mehr am Leben richtig das ergibt Sinn wenn du es so formulierst so er stöhnt denn hier eigentlich so bin es nicht ich dachte mir schon dass es zu weit ist kann ich mich da irgendwo festhalten warte mal ich habe einen Plan bringt mir das gerade irgendwas wo ich bin ja ja du bist auf dem geplanten Weg glaube ich kann da hinspringen die Kante sieht ein bisschen anders schräg aus als die anderen guter Gedanke ich kenne mich halt aus ich bin halt der Beste ah ja das fand ich aber im Original sieht irgendwie cooler aus das hat irgendwie mehr Style das wirkt das wirkt so einheitsbreich ja die Decke hat hier so was komisches grünes was mir echt nicht gefällt bei der Decke dieses Raums der Beleuchtung jetzt da denke ich wirklich an ja das sieht aus wie so 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 Morrowind oder so ein Spiel aus den 2000ern nein ich habe die Kante nicht gesehen ach dieser Hebel überhaupt du ich kann es dir jetzt nicht mal sagen die Tür da hinten dran auf wahrscheinlich ja genau weird ich hasse diese Türen Ballern Junge ich hoffe das ist nicht zu laut ist das zu laut Chat eigentlich nein das war schlecht oder laut Stärke scheint halbwegs zu passen ähm das das war schlecht ja genau habe ich natürlich sofort erkannt als Tomb Raider Experte es ist schlecht wenn ich wieder da bin wo ich eben war vor allem wenn ich es nicht wollte die treffen mich gerade nicht ne sehr gut gleich siehst du wie bei denen ein blaues Band so erscheint dann wird es gefährlich nicht das Energieband wie lang ist denn dieses Level noch sag mal ja ist wie ich gesagt habe sehr linear doch recht lang aber habe ich schon die Hälfte das auf jeden Fall ähm wenn man hier Ressourcen hat ist relativ angenehm wir hatten beim ersten Playthrough keine Ressourcen es war nicht relativ angenehm jetzt wirst du aber schnippisch du tust ja so als hätte ich als hätte ich Ressourcen zu Beginn verschwendet und nicht wirklich alles sinnvoll eingesammelt also ironischerweise das Gegenteil ist halt der Fall du hattest eigentlich Massen an Ressourcen aber du wolltest bei den Pistolen bleiben glaube ich das kann auch sein irgendwas war da Pistolen sind ja aber auch nice und durch das Ding mit den Pistolen hattest du dann halt auch keine Heilung mehr und der Rest schrieb sich von selbst und ich habe bis heute kein Achievement dafür bekommen überlege gerade witzigerweise hat das Spiel jetzt ein Achievement dafür oh dann müssen wir nochmal laden wo ich zuletzt nur die Pistolen benutzt habe nein nein ich gehe schlafen schafft ihr das heute durch schaffen wir das heute durch Marco da das ja jetzt relativ linear ist und du Ressourcen hast könnte das gut packen wir haben noch eine halbe Stunde also um genau null willst du aufhören ja null Uhr ist wird das Internet bei mir abgeschaltet Bürgersteige hoch Internet ab ähm na ich glaube auch halbe Stunde wird ein bisschen ambitioniert halbe Stunde bist du locker durch das Level hier durch aber noch nicht am Ende des Spiels eine Stunde wiederum das sehe ich hast noch so lang na da kommt halt noch ein Level ja aber das ist ja kurz hast du gesagt ja weil das hier ja noch ein bisschen geht ja Lara ist gut würdest du bitte ballern oh ich habe noch ein bisschen Leben schau mal ja deshalb allein weil du nicht die ganze Zeit gegenpeilen können wirst wird das auch nicht schlimm easy ich habe die Tür genau gesehen ja das sah halt irgendwie so eher so wie wie Schleimgewebe aus so ein bisschen und das ist halt alles rot in rot ja also da muss ich sagen gefällt mir Artstyle-Technisch das Original deutlich besser gebe ich dir auch recht äh war der einzige Abschnitt wo ich so das Gefühl hatte wobei ich sicher mal ach wo ich mir nicht so sicher war ob das jetzt wirklich die bessere Experience ist oh Gott Lava schade hätte ja auch klappen können wie sieht die Lava eigentlich hier aus wo muss ich hier eigentlich hin Gott dammit würde ich empfehlen schau dich mal um bevor du den Hebelst ja gut so geht es natürlich doch einfach hier nach hoch und dann rechts ja 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 willst du wissen was der Hebel gemacht hat Lava dass die Lava fließt ja ja das habe ich ja das habe ich verstanden das war die einzige Funktion ist aber auch ein toller Hebel ich meine wer baut nicht einen Hebel zum Lava bewegen in einen Vulkan das ist wie wenn Frodo und Samen nach Mordor kommen und sich fragen wo ist die Lava ihr drückt mal diesen Hebel da ah da sollen wir den Ring ins Feuer werfen und dann kommt die Lava so schön portioniert raus genau für einen Ring das wäre funny ach nö ach nö ich sag ja meine Reflexe mein Gott jetzt muss ich mir vorstellen wie sie den Hebel einfach im Auenland drücken wie Bahamut beschreibt und dann diese mikroskopische Menge an Lava die du beschrieben hast in Schneckengeschwindigkeit ganz langsam Richtung Auenland fließt äh okay hier kann ich scheinbar noch nichts machen ich bin mir nicht sicher ob der Film dann länger oder kürzer wäre okay hier kann ich scheinbar auch nichts machen da scheint mir noch was zu fehlen oder das das wird's hoffentlich nicht deine hä grad so blöd was übersehe ich hier ich hab's gleich jede Sekunde okay jetzt geht's plötzlich what es geht nicht sogar sogar nicht plötzlich sondern es sind halt diese drei Kisten und du hast die zwei probiert die nicht gehen und diese ignoriert das fand ich grad so witzig das ist aber auch ein dummes Rätsel schon nein war das gut der Weg war tatsächlich richtig aber ein Sprung hat gefehlt ach Sprung Schmung nein das ist übrigens die eine Sache die sie bei der neuen Steuerung verbessert haben da ist dieses auf eine Kante zulaufen und hochklettern ein anderer Knopf als das Schieben in dem Fall das ist gut so dann machen wir das nochmal nice GG da ist schon wieder ein Hebel ziemlich viele Hebel hier in dem Level schon es ist man folgt einem Pfad es kommt ein Hebel der die Tür öffnet die direkt danach kommt jetzt bin ich wieder hier ist sich jetzt irgendwas geändert ja es ist was offensichtliches jetzt muss ich den Hebel drücken richtig die Tür ist ja jetzt offen nein nein aber ich muss den Hebel jetzt drücken wenn du möchtest dann darfst du das tun nee lass mal das Level ist halt immer noch nicht zu Ende ne bin ja auch der rasende Reporter Carla Columna boah fuck der Damage alter habe ich habe ich 300 games vielleicht früh früh speichern oft speichern das steht auch im gothic handbücher das steht in ziemlich vielen handbücher aus der zahl lassen irgendwo in der handbuch steht es glaube ich nicht ja gut da gibt es ja auch nur speicherkristalle stammt jetzt wo du es sagst das sind die handbücher die ich habe dann lass dich einfach in Ruhe so das funktioniert oh den raum gab es ja auch noch mit der spiegellara und da hast du es alles in Ruhe da hätte man ruhig ein paar mehr Levels raus machen können äh wenn ich sie berühre sterbe ich ne 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 aber wenn du wenn du auf sie schießt dann schießt sie auch auf dich so eine gemeinheit da drüben ist auf jeden Fall schon mal ein Schalter ist hier drüben auch irgendwas war das eigentlich timing basiert leider aber das was du in der Zeit machen musst ist nicht so schwer dann werde ich es nicht hinkriegen es geht ist das die Tür da drüben offen? äh genau das war ja super baby einfach wobei mich der Mechanismus da interessieren würde immer wenn jemand die Tür öffnen möchte wie wird das wie funktioniert das technisch wie wird das mit redstone nachgebaut wie mach ich denn die Tür auf Entschuldigung wie mach ich die Tür hier auf ja sie müssen jemanden in die Lava werfen das ist kein schönes Kommen nein ich wollte doch gerade mein Menü aufrufen ja oh fucks 2 ja ich hab nicht mehr so viele Medipacks ne das ist glaube ich noch 7 nein ja kann ich hier einen Raketenwerfer bitte bekommen ich nehm den aus Risi 4 den braucht Leon gerade nicht oh den Raum an den kann ich mich erinnern ich weiß bloß nicht mehr ob ich mich an das Original erinnere oder an Anniversary gerade es kommt drauf an wenn du dich an dämliche Kolben die einen in die Lava werfen und total nervig sind während einen Flugviecher angreifen erinnerst dann ist das Anniversary tsch ah ja es war doch kein Raum der in Anniversary besser wurde leider ah doch ein paar ah ja es gibt ein paar Räume aber das hier ist kein Raum der besser wurde das meinte ich ach so ich mag ja Anniversary an sich aber nicht so sehr wie Angel of Darkness sehr viel mehr als Angel of Darkness oh oh speichern sollte ich ne mhm nicht überschreiben jetzt an der Stelle was aber du schaffst es wohl noch locker wenn du lädst und läufst ähm ich wollte nur nicht dass du dein Safe damit überschreibst ach das wär jetzt funny geworden das wär so ne das wär dann so wie das Ende von Tomb Raider Chronicles als wir das gespielt haben okay das ist ein Rätsel das wird schwierig ich hab's gelöst das könnt ihr nicht tun wir verurteilen dich Nadler von Atlantis für deine Verbrechen wegen krassen Missbrauchst so haben Menschen früher geredet so haben Menschen früher geredet übrigens Nadler Digga das geht so nicht lass uns mal bleiben Brudi damit du die Schöpfungskraft der Pyramide für deine Stumpf und Zerstörungswut missbrauchen konntest stumpf? seht euch doch an keiner von euch hat auch nur einen Funken Erfindungsgeist im Kopf verschwinde lass es uns einfach tun der Geisterbereich hatte bei denen Game Breaking Bug Gott ja wir konnten bei unserem LP letztes Jahr auch nicht durchspielen wir mussten tatsächlich ein Safe Game runterladen um ein Level zu überspringen weil das ja immer abgestürzt ist stimmt ich erinnere mich ja wir einfach die PS2 Version kaufen sollen es ist erstaunlich selbst die Steuerung dort ist besser aha die kommt jetzt zu Chapa da hat weil es in Karbonit eingefroren wurde richtig? das ist vollkommen korrekt endlich mal jemand der es richtig interpretiert na wieder da sie auch zur feierlichen Wiedereröffnung nehme ich an die Evolution steckt in der Sackgasse kaum noch natürlicher Auslese die Ausbreitung neuer frischer Wesen wird neue Gebietskämpfe anregen uns stärken da sieht sie irgendwie viel älter aus ne ich finde da sieht sie deutlich älter aus Träger Schwächlinge getroffen und sie zu den Ursprüngen des Überlebens zurückgeworfen dies ist was die Welt braucht nicht auf diese Art ausschlüpfen beginnt in 15 Sekunden zu spät für eine Abtreibung nicht ohne das Herz der Operation nein 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 so jetzt kam noch dieser unglaublich komische Bossfight also ich weiß nicht was du daran komisch findest ach guck mal 30 Minuten war doch war sogar kürzer als das letzte Level kam ich flott durch wegen der Ressourcen ja das war dadurch recht angemütend ach doch nicht Pistolen Lehrer das für ein Quatsch oh aber die Bossleiste ja das Ding hält 800 x-Schuss aber auch scheiße habe ich gespeichert nope ja ist jetzt nicht so schlimm generell was neu hinzugefügt wurde ist die Möglichkeit das aktuelle Level einfach neu zu starten wenn man keinen Safe hat dafür ist es zu spät kann man die Cutscene überspringen die kann man überspringen ah ja das ging vorher übrigens auch nicht so speichern ja doch das sieht sich sehr ähnlich oh ich bin tot au am besten einfach im Kreis rennen oder so also jetzt ohne von der Kante runterzufallen ja ja das ist was ich was ich immer tun würde das ist witzigerweise ein Boss wo ich festweise auf die moderne Steuerung umgeschaltet hatte und der dann echt gut ging ja denke ich mir da kriegt er aber echt wenig Schaden mit nur einer wenn ich mit zweien draufschießen kann zwei Uzi's halb so viel Schaden hast du das gerade ausgerechnet? im Kopf ich glaube letztes Mal hatte ich hier ein bisschen Munitionsprobleme kann das sein er wollte es halt mit Pistolen machen unbedingt ich sollte auch vielleicht versuchen nicht runterzufallen das wäre smart ja das ist doch gar nicht laut oder so das ist ein Boss der hat so eine große Lebensleiste ich glaube niemand ist böse wenn man mit dem Kampf freistet ja ich habe kurz mit beiden beschossen das war krass krasses Gefühl Sounddesign ist gut ja hey Hälfte wir speichern mal das ist der Beat des Nordens ordentlich Moschen oh shit ich hoffe den Stream guckt niemand zum Einschlafen das ist was ich bin wach warst du es auch vor dem Kampf nein da war eine Kante es geht weiter Chat wir haben noch ein bisschen was für Bossfight yay dreht die Surroundanlage an drückt euch das so ein Raketenwerfer wäre jetzt echt was Feines ich mache hier nochmal ein Save das wäre halt die Hölle für mich mit Speicherkristallen glaube ich ich würde sie durchdrehen das witzigste ist wenn du diesen Kampf gerade so schaffst und dann der die Trümmertal Teile vom explodierenden Boss Clara treffen und sie töten ein tolles Gefühl mhm wieso ist hier ein Block zum verschieben und vor allem wohin hat mir das jetzt irgendwas gebracht zieh mal wieder raus und zieh dich dann mehr um in der Umgebung also weiter du wirst es verstehen wenn die Zeit reif ist ich meine man kann da hoch aber was bringt das denn gib mir den schweren Wecker ach so Gott ist das langweilig ja schon ne Aytara ich dachte das ist voll das komplizierte Schieberätsel und so nein Clara nein das wollte ich nicht also es wurde gerade komplizierter so einfach Augen zu und durch rennen lebe ich noch schade hätte sein können ich glaube es ist das gleiche Rätsel nochmal ne ok ich glaube es ist das gleiche Rätsel nochmal aber es war schön zu sehen wie du dich freust es war nur nicht von Dauer ey ich hab heute sehr coole Jumps gemacht ich bin zufrieden ja das auf jeden Fall äh das war dumm ne ne ist gut ist gut ist gut aber aber da war doch noch ne Plattform hätte doch einfach auch hinten dran springen können oder nicht ob wir den riesen Umweg sparen können von zehn Sekunden wer war da bin mir nicht sicher was du ach so oh Gott ja ich weiß nicht ob das gegangen wäre doch natürlich ich kenne mich doch aus mit Tomb Raider sprüngen sooo Gott ist dieses Level bald mal zu Ende tsch das Level läuft nicht so lang wie du jetzt denkst das ist nur sehr ähnlich dem davor aber das hier ist kurz ich sitze hier ich sitze hier schon seit Äonen ich glaub der Bosskampf endet halt vor zwei Minuten um genau zu sein ja wo ein Felsen sind sind meistens noch mehr Felsen die Felsen jagen in Rudeln mhm das sind Rudeltiere ich kenne mich aus aber ich hab's gesagt mhm es hat halt bloß nicht so schnell geklappt mit dem Umwenden er kann in die Zukunft ziehen es kommt noch ein zweiter nee das war so ein richtiger Trollmove dann haben sie es gibt einen Tomb Raider Teil und eine Stelle wo sie genau den Trollmove praktisch bringen die Schweine und es tötet mich auch jedes Mal obwohl ich den Tomb Raider Teil ziemlich oft spiele ich hab überlebt du hast überlebt äh ist auch erzwungener Schaden an der Stelle wohl lieb ich sowas ach guck mal ich bin hier und du musst dir vorstellen das war der erzwungene Schaden wo du das letzte Mal kein Medipack mehr hattest ja Details ähm ach so nee der Gedanke war schon richtig es war nur nicht lang genug Acht Explosions rennen ähm da ist irgendwie ne Sackgasse Entwickler wollen nicht dass du da hingehst äh wo muss ich denn nochmal hin jetzt na ich habe meine meinen Job als speichernder innerer mh ganz schlecht ganz schlecht gemacht ganz schlecht ganz schlecht das gibt ne ne Abzug in der B Note und der A Note und deswegen ist es nur ne 6 von 10 ja diesmal habe ich ein 2 mehr Medipacks habe ich das Gefühl oh ja also locker so aber wo soll ich denn jetzt hin wenn ich das in die Luft geschossen habe die Tür geht ja offensichtlich auf ne genau da ist auch schlecht habe ich das Gefühl ja ist auch schlecht ja mal tada ah guck mal hier was so ist perfekt so Ende tun mir da ein Lara hat die Welt gerettet wieso ist da eigentlich plötzlich keine Lava mehr ähm weil Teile der Decke auf mhm schaffst du den Sprung okay let's go ich habe genug Leben entgegen heilen ja eine Minute nach 12 jetzt müssen wir den Stream leider aufhören schade das ist jetzt blöd kommt doch noch einiges her ey also das was da noch kommt bis zum finalen Bosskampf es gibt doch einen finalen Bosskampf gegen wen wird das denn sein äh 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 der Skatertyp kommt nochmal zurück he's back he's back oh gut dass ich gespeichert habe ja hätte ich dich gut dran erinnert wenn ich es getan hätte richtig easy da kannst du rüber und dann würde ich nochmal speichern ach jetzt plötzlich ja das da ist Lara ist aber noch ein Stück gelaufen ach dieses Axtbeil da ne das ist auch unfair mhm das ist zum einen muss man das richtig timen und wenn du springst kriegst du dort immer Schaden also du musst schon durch brauchst du jetzt ich habe keinen Schaden gesehen ich habe nur kein Leben mehr gesehen oh Gott ja Timing ist einfach alles hast hast du sehr vorsichtig und strategisch korrekt bist du da runtergerollt ja klar weil ich natürlich wusste was kam weil ich das Spiel ja vor 5 Jahren schon mal gespielt habe ok die Lava sieht irgendwie weird aus das sieht im Original auch bedrohlicher aus irgendwie geht es da lang oder geht es da lang bin ich eher da lang hm man weiß es nicht man weiß es nicht nein wie unfair ich wollte gerade zurückspringen Gott dammit rollt das eigentlich auch wenn ich mich von der Kante hänge ja und es erwischt mich sogar was wow das ironische ist halt ja ich lasse dich erstmal auf die Lösung kommen bevor ich über die Ironie spreche ich muss ballern ballern Junge wie laufst du da raus ich kann mich da bestimmt festhängen ähm festhängen war gute Gedanke das hochziehen war hier mehr das Problem ach jetzt wirst du aber kleinlich willst du sagen dass mit dem Lava-Dings am Kopf getroffen werden ist nicht so gut es ist nicht gut einem tonnenschweren Block der über einen rollt eine Kopfnuss geben zu wollen nein also was haben wir hier denn schönes hm schade hätte ja auch klappen können boah hat ja auch fast geklappt gibt es ja irgendwo einen Hebel hier unten nämlich irgendwie im Kopf dass hier ein Hebel war ach das geht auch ohne Hebel wüsste ich ich wüsste auch nichts von dem Hebel tatsächlich da guck bam ach das geht an das ist ja unfair das wäre Deko das wäre Deko ja kann man machen wann kommen jetzt eigentlich die schwierigen Stellen im Spiel Marco so wie komme ich denn jetzt runter weil ich erinnere mich du musstest glaube ich runterspringen oder ah Klose ein bisschen weiter nach vorne glaube ich so nice kommt jetzt der Endboss ja oh dankeschön halt einfach wirklich fast gegen Null gepackt ja ich hab mich auch beeilt erreicht zumindest so ich weiß noch ich fand den Bossfight letztes Mal echt höllisch dumm ich glaube weil ich auch Pistolen hatte zum einen das und zum anderen dieser Bosskampf wie man ihn findet das hängt wirklich ganz davon ab was sie macht weil sie kann auch die ganze Zeit außerhalb der Reichweite bleiben und man steht dann da dumm rum und wartet darauf dass was passiert ja aber das machen wir heute nicht nee jetzt muss ich nur noch rauskommen ich geh mal fest davon aus irgendwie über die Felsenformation da so leicht wirst du mich und mein Brut nicht losladen was ach Gott daran hab ich mich nicht erinnert find ich irgendwie cool den Move dass der Boss einfach nochmal aufsteht nee Moment ich lade aber jetzt ist sie definitiv tot und wird nicht nochmal in irgendeinem anderen Teil auftauchen niemals weil das wär ja Quatsch muss ich einfach da nach hinten wohnen wird schon passen ja wann also Endbossfights können die Entwickler auf jeden Fall aber wann kommt denn jetzt genau der Skateboard-Typ nochmal zurück da musst du das DLC spielen das noch nicht draußen ist nein doch und die kommt das war der Endboss ich weiß ein bisschen antiklimaktisch hier ist das Artilleration auch wo es kommt immer ist halt immer eine Sache der Perspektive natürlich für damals für so ein frühes 3D-Spiel war das ein ziemlich okayes Ding weil es noch nicht so viel anderes gab aber aus heutiger Sicht ist das schon alles sehr stumpf du meinst es spielt sich so ein bisschen wie die 2000er wie das damit sagen die 2000er waren weiter also Bosskämpfe sind echt nicht die Stärke dieser Serie wurden aber immer besser von Teil zu Teil das merkt man auch in der Remaster-Trilogie direkt schon gab es im zweiten Teil gab es Bosse einen einzigen aber na wobei das stimmt gar nicht es gab einen guten sag es mal so es gab mehr aber es gibt nur einen den ich überhaupt so betrachten würde ist ja gespeichert aus gutem Grund definitiv ich glaube ich muss da rüber ah hier geht es im Bett auf Chaos ich kenne doch meine Videospiele 15 Minuten sag ich ja gespeedrund diese Explosionen halt auch diese Explosionen halt auch ja vor allem so eine große Explosionen dass die Lara nicht erwischt das halt schon ein bisschen also ja ne aber ich muss sagen der erste Teil Remastered Collection hat mir sehr sehr gut gefallen jetzt also schon eine 60 von 100 ich wollte gerade sagen das freut mich ne wobei ich gebe dem Remastered das ist nur eine 50 von 100 weil ja drei Spiele noch fehlen hä was denn klingt für mich total logisch ich gebe dem nur 50 weil ich Harry Potter besser fände nee also der erste Teil gefällt mir immer noch sehr gut dieses eine Level mochte ich jetzt sogar ein bisschen lieber also ich hatte es irgendwie schlimmer in Erinnerung das Level mit den wo du die Waffen nicht hattest ah ok ja es kann sein dass du mehr herumgeirrt bist beim letzten Mal ja aber halt auch diesmal wahrscheinlich weil ich das mit dem Boot einfach ignoriert habe ja gut ich glaube das hat viel geholfen nee aber overall war der erste Teil jetzt gut finde ich ja wissen du ist das dein Fazit ach so ja ich finde für das was es sein wollte halt den Remaster des ersten Teils den ersten Teil mag ich ja sowieso und das was die das Remaster alles hinzugefügt hat an Verbesserung das ist echt nennenswert also ich bin absolut zufrieden es war sogar ein bisschen mehr als ich mir unter Remaster vorgestellt habe und suchte diese Collection ja jetzt auch schon seit einer Woche durch also Zusammenfassung sagst du altbackenes Gameplay hakelicke Steuerung sieht aus wie aus den 2000ern ach GameStar ich muss mir mal den kompletten Artikel durchlesen bei Gelegenheit wie immer das ja mich interessiert so ein Quark nö aber ich fand's ich fand's gut klar ich kam ich fand jetzt die die Neusteuerung auch nicht so geil weil ich halt auch mit so Retro Steuerung oftmals besser klarkommt aber ich find halt deswegen das Spiel abzustrafen ich mein du musst die ja nicht benutzen ja eben es ist halt was was man einfach dazu bekommt ich bin übrigens sehr froh dass man es nur dazu bekommt und ja eben das ist halt auch was mich so irritiert dass ich halt alle Negativpunkte in den Videos die ich geguckt hab an der Steuerung aufhängen an der neuen wo ich mir denke das wäre überhaupt kein Thema gewesen wenn sie sie einfach weggelassen hätten ja eben ich meine man muss dazu auch ganz klar sagen standardmäßig ist die die alte Steuerung eingestellt ja das hat ja einen Grund meinst du den Entwicklern war wahrscheinlich auch klar ja nee das ist das passt nicht so gut aber der erste Teil finde ich immer noch gut ich finde halt auch schön dass bis auf dieses Level mit dem großen Obelisken in dem Wasserbecken sind alle Level sehr zentral also du du verläufst dich eher selten das stimmt das schört mich halt an den anderen Tomb Raider Teilen dass da die Level größer werden und ich mich oft nicht mehr zurecht finde gerade im vierten Teil ja der vierte Teil gebe ich dir hundertprozentig recht ähm wenn man nicht mal mehr sich einfach verläuft sondern sogar Gefahr läuft im falschen Level zu sein gerade das ist äh ein Problem bei einem ersten Playthrough definitiv das Spiel wäre sehr viel besser wenn es einen einfach zumindest immer ins richtige Level setzen würde ja nee aber overall war das das gut 8 8 ich würde 8 8 von 10 geben 8 8 von 10 yay bin ich angemessener als 6 von 10 die anderen spiele ich auch noch weiß ich nicht dafür haben wir ich hab ja die Tierlist hier schon mal gezeigt Achtung die basiert ja da drauf welche Levels wir also ich wusste die Levels nicht ich hab einfach nur die Levels bewertet und Marco hat dann gesagt zu welchem Tomb Raider das Level gehört und dann hab ich das bewertet und ähm ich fand halt die anderen Tomb Raider halt alle nicht so geil den dritten Teil fand ich noch am besten 288 das war das mit dem Zug Level oder ja man muss auch auch mal gucken der Abstand der Abstand von 288 und 306 ist jetzt eigentlich auch nicht so groß aber ich fand halt den zweiten Teil echt nicht so dolle also da hat es kein da hat es kein Level in S-Rang geschafft bei Tomb Raider 1 und 3 sind sogar gleich viele Level in S- und A-Rang ja es gab halt immer mal so einen Ausreißer wo ich sag okay das war geil ja ich ich mag den zweiten Teil irgendwie hat mir der hat mir nicht so gefallen und ihr seht ja mir hat der besser gefallen als Angel of Darkness besser als 4 aber vor allem wegen dem Trash Faktor ich finde Trash Faktor in Angel of Darkness sehr gut der ist schon da kann man schon was mit anfangen gut ähm dann danke ich dir viel viel vielmals fürs dabei sein es hat wieder sehr viel Spaß gemacht sehr gerne ich bin besser geworden auf jeden Fall es gibt übrigens apropos besser geworden nach den Credits auch wenn man sie weglegt äh gibt es ne Gesamtstatistik auch noch was im Originalspiel nicht der Fall war oh ja oh ja oh ja guck mal was natürlich noch cool wäre wenn die Tode da drin stünden ne das wollen wir nicht sehen das ist Quatsch das will keiner sehen sieben sieben acht Stunden ich glaube letztes Mal haben wir viel länger gebraucht viel länger ich glaube wir waren letztes Mal drei oder sogar vier Streams na ich glaube drei aber auf jeden Fall drei gute drei Streams brauchten wir mh das war auf jeden Fall schön ja und wie gesagt die anderen da hab ich jetzt der dritte Teil vielleicht aber ich bin halt so ein Typ ich würde jetzt nicht den dritten Teil spielen ohne den zweiten Teil aber auf den zweiten Teil hab ich halt keine Lust wobei man fairerweise sagen muss dass die nicht aufeinander aufbauen oder so jetzt komm aber nicht mit Details ich hab gehört wenn ich seh das auf YouTube hochlädt gibt's einen Discounter mhm ne sehr schön gefällt mir die Remastered Collection ich bin gespannt wie die sich finanziell auswirkt und ob dann Embracer Group noch ein 4 5 und ja kurz Angel of Darkness weiß ich nicht aber zumindest für ein 5 nachschiebt ich persönlich halte egal wie gut das hier ankommt auch 5 für unwahrscheinlich aber 4 sehe ich und das Ding ist jetzt für mich persönlich ist 4 ja einer der besten tatsächlich und da würde ich mich voll drüber freuen geht dir nicht so das weiß ich ne geht mir nicht so ja ne also dann danke dir fürs dabei sein wir raiden jetzt noch wohin wo raiden wir dann hin der Ditto Meister streamt zu dem raiden wir hin mal gucken ob das neue Raid Tool funktioniert ja die haben da ja irgendwas geändert ne sieht jetzt anders aus als vorher ich sehe sogar ich sehe sogar ob mich die Person in den letzten 30 Tagen geradet hat oder nicht diese Person hatte ich in den letzten 30 Tagen nicht geradet also den würde ich nicht zurückraiden dann weiß ich nicht ich rate euch zu Ditto der spielt gerade Scary Scuffed Games Folge 266 da schicke ich euch mal rüber und ja danke dir fürs Zerweichern Marco und tschüss an Chat und tschüss an Chat und tschüss an